Hallo und einen wunderschönen Nachmittag und ich bin viel zu hell. Das ist etwas, was mir hätte früher aufhalten können. Entschuldigung, das können wir gleich noch ein kleines bisschen machen. Aber hast du gerade krass übersteuert, als du gelacht hast. Hab ich? Oder lag das an meinem Internet? Ich weiß es nicht. Bei mir hat sie nicht übersteuert. Dann liegt es an mir. Oder an deinen Ohren. Dann müssen wir wohl dafür sorgen, dass Mairi heute nichts zu lachen hat. Wow. Wow. Das ist, wenn es keine technische Lösung gibt, ja, dann wird hier. Social Engineering gemacht. Kaum ist Relka nicht da. Ja, mauset sich hier unser Bade zum Stillvertreter-Arschloch. Ich vermisse ihn heimlich so sehr, dass du das channelst. Genau, dass ich das channel. Es gibt Bild und Ton. Bitte gib mir Rückblendung. Gib mir eine Rückmeldung, ob der Ton auch taugt. Ob der sich gut anhört. Weil wir hatten öfter, dass wir im Zoom nicht mitgekriegt haben, das, was mit dem Ton nicht stimmte, aber dann teilweise Leute übersteuert waren und sowas. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Im Stream ist auch alles gut. Alles grün. Alles clean. Schön. Ich finde es interessant, dass ich eben nur die Szene gelesen habe. Die Szene Polizei-Auto war aus dem Shadowbroker-DLC geklaut. Ich habe gedacht, Liara und Shepard sitzen im Auto und weiß, worüber die Leute reden, ohne weiter oben geguckt zu haben. Es geht um PK. Korrekt. Truck, truck. Truck, truck, truck. Ich bin nicht mehr nerd genug. Ich gehe jetzt nach Hause. Du bist doch zu Hause, oder? Ich bist zu Hause. Ja, ich bin zu Hause. Das ist richtig. OrgenspalterTV ist mein Zuhause. Zahlst du Miete? Hey, Maggie. Warte. Anderes Thema. Kann man Brot einfrieren? Ja. Die Antwort lautet ja. Ich habe ein Brot eingefroren. Denn die Frage ist nicht, kann man es einfrieren? Was passiert, wenn man es wieder auftaucht? Genau. Das ist immer noch lecker. Es ist mir gelungen, das Thema zu wechseln. Das finde ich klasse. Ich finde nicht, dass David Miete zahlen muss, wenn er mich darum bezahlt, dass er sich hier überhaupt abgibt mit uns. Außerdem finde ich, mein Viereck ist ziemlich klein. Also wenn ich Miete zahle, dann hätte ich dann gerne ein etwas größeres Viereck. Okay, okay. Sollen wir dich tauschen mit der Karte? Das ist sicherlich sehr hilfreich. Das bestimmt. Ich bin sicher, alle unsere Zuschauenden freuen sich, wenn sie, so keine Ahnung, sich quasi aus dem Stream gescreenshottet einen Starschnitt von David ausdrücken können. Oh ja, das heißt, David muss auch die Kamera zwischendurch einstellen und aufstehen, sodass wir einmal... Das könnte meine Miete bezahlen, wenn ihr das eifrig kauft und aufdenkt und so. Ja, das wissen nämlich hier nicht viele, aber der David, der hat einen harten Sixpack. Mhm. Ich habe David seit Jahren nicht mehr gesehen, aber warum sollt ihr das nicht haben? Also in echtem Leben haben wir uns seit vier Jahren, glaube ich, nicht gesehen, kann das sein? Ja. Ich darf den hier nur nicht zeigen, weil dann macht Twitch irgendwas. Nee, das war YouTube, ne? Dann können wir das nicht auf YouTube bringen. Nee, nee, Twitch ist härter. YouTube ist nicht so. Twitch-Sweck-Problem, ja. Okay, okay, alles klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass auch als wir uns noch in Real gesehen haben, habe ich David immer nur in Sweatshirts und schlammerigen T-Shirts gesehen. Ich hätte nicht sagen können, ob er einen Sixpack hat oder nicht. Habt ihr uns öfter als einmal im Echtenleben gesehen? Nein. Zweimal auf jeden Fall, ja. Wir haben uns zweimal gesehen, ja. Okay. Einmal auf der Nachfolge der RPC und dann irgendwann garantiert mal bei der Spiel. Vielleicht sogar dreimal. Das könnte sein. Das kann sein, ja. Auf jeden Fall haben wir uns auf der eigentlichen RPC mal gesehen. Da warst du nämlich bei uns im Zelt zu Gast und hast dich interviewen lassen zum Fedoran-Roman und das war noch die Zeit vor der CCXP. Da gab es noch sowas wie Corona nicht. Also gab es schon, aber eben nicht in der Form. Also ja, Coronaviren gab es auch schon, ja. Das ist korrekt. Ich glaube, ich muss ja zugeben, ich habe David noch nie gesehen im Echten Leben ohne mich, also und wenn, dann erinnere ich mich nicht dran. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, ob ich dich irgendwann im Echten Leben gesehen habe. Ja. Weil du warst ja wesentlich öfter auf Bühnen, während ich als Fanboy irgendwo unten war, aber ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Aber ich könnte mich bestimmt dran erinnern, wenn ich dich im Echten Leben gesehen habe, also habe ich dich noch nicht gesehen. Wahrscheinlich, ja. Also sprich, ich kann auch keine verlässliche Aussage darüber treffen, ob er einen Sixpack hat oder nicht. Ich habe einen Sixpack, aber er ist nicht immer zu sehen. Hinterfragt kritisch Informationen, die ihr so im Internet kriegt, will ich damit sagen, ja. Auf jeden Fall einen Sixpack hat. Wenn ihr Nikos und meine Sixpack, beziehungsweise die Verpackung des Sixpacks sehen wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Nein. Und beim nächsten Orgen spaltet ihr mein Adventskalender oder weiß der Geilheit. Ja, das Kalender könnte eventuell. Ja, ja, wir waren an diesem Punkt schon öfter mal. Meine Miete bezahlt werden, die ich für dieses Quadrat hier bezahle. Bezahlen werde irgendwann mal. Also du hast dich jetzt gerade freiwillig gemeldet als Model für den. Nein, Moment. Für den Männerkalender. Für den Starschnitt. Ja. Starschnitt hört sich gut an. Männerkalender, gucken wir mal. Ich finde es gut. Was für Themen wir hier? Ich hatte eigentlich eine elegante Überleitung, Magie. Ach so, entschuldigung. Ich wollte eigentlich sagen, wer auf jeden Fall ein Sixpack hat mit Stärke 16 und Konstitution 16, Hysterik. Aber warum hat der eigentlich so hohe Wert? Ich kann ihn immer noch nicht steigern. Also ich würde das gerne noch weiter pushen. Aber ich erinnere mich daran, du hast mich eben gefragt, ob ich auf Stufe 5 gesteigert habe und ich habe verneint. Und das liegt daran, dass letztes Mal der Charakter-Manzer von Roll20 einfach nicht wollte, dass ich steigere. Und zwei Monate später mache ich ihn wieder auf. Also mache den Charakter auf, bin immer noch mit im Charakter-Manzer und er möchte immer noch nicht, dass ich steigere. Also wenn ich zum Beispiel jetzt bei Druid HP 0 da Roll Average drauf klicke, passiert einfach gar nichts. Da steht immer noch 0. Was mache ich jetzt? Kannst du für mich steigern? Ich versuch's mal, ja. Ich mache ihn mal auf. Also so oder so, willkommen auf jeden Fall zu unserer sehr entspannten Runde Dungeons and Dragons Rime of the Frostmaiden. Heute in einer Dreiviertel-Besitzung. Der Jan hat keine Zeit heute und dann haben wir uns gedacht, machen wir das, was andere Runden auch machen, wenn sowas passiert. Wir spielen halt ohne ihn weiter. Und ist nicht das erste Mal, dass er dann weg ist und wir ihn als NSC weiterführen. Also was ich auf jeden Fall machen kann, ist abbrechen, seine aktuelle Steigerung. Hilft vielleicht, ja. Und dann probieren wir es nochmal von vorne. Launch-Level-Plus-Character-Menser. Funktioniert gerade nicht. Geh nochmal zurück. Doch. Jetzt geht's. Du hast ja auch so einen tollen Super-Duper-Roll-20-Account, ne? Ist noch gar nicht freigeschaltet, glaube ich. Aber der Super-Duper-Roll-20-Account hat, macht nur den Unterschied, dass ich mehr Sachen mit mehr Leuten teilen kann und dass ich bestimmte Scripts einbauen kann, die andere Würfel zulassen. Das ist das, was ich noch zusätzlich kriegen würde. Größere Würfel. Ich hab den Charakter-Mens übrigens schon mal neu gestartet. Also Another One schreibt, ich muss den neu starten. Das hab ich glücklich gemacht. Hat leider nichts gebracht. Aber wenn Maige jetzt vielleicht erfolgt hat, ansonsten steigere ich halt nicht. So, ich hab für HP gerold und noch eins gewürfelt. Danke. Dann nehmen wir doch den Durchschnitt. So, das verwenden wir jetzt. Kein Multiclassing, nehm ich mal stark an. Nein, gehen wir weg. You gain additional Circle Spells. Ich bin unfokussiert genug als Ruide. Dann muss ich hier auch mit die Klassen. Ich hatte so lange mal meinen neuen Zauber in die Kamera. Das funktioniert ja wunderbar mit dem Green Screen. Jetzt, jetzt, jetzt. Verschiedenfarbige Würfel bei einem Wurf. Werden mal gut bei World20 schreibt Daring Porn. Das ist ein guter Punkt, ne? Geht das? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das Script dafür schreiben kann. Ich kann's nicht. Aber wenn jemand anderes das schreibt, kann ich's jetzt einbinden. Na dann. Ja. Okay. Als Relka das letzte Mal gefehlt hat, war er im Kampf sehr effektiv. Ja, das ist richtig. Da erinnere ich mich auch dran. Ja, da war er effektiver, als wenn er da war. Du kriegst einen neuen Zauber und du kannst also jetzt Stufe 3 Zauber haben. Hast du da irgendwelche Wünsche? Kannst du jemanden in Tiere verwandeln? Eine Heil-Aura, Blitze rufen, Tiere beschwören. Die Kurve hören dich gerade nicht, also ich zumindest nicht. Entschuldigung, ja, ich hatte wieder ausgemacht, weil ich hier nebenbei den Osterhasen auspacke. Diesen Osterhasen. Meinem ist schon was zugestoßen. Was wünscht sich denn die Gruppe, was ich können soll? Soll ich was Heilendes machen oder soll ich Leute in Tiere verwandeln können? Oder was hast du noch gesagt? Also ich hab gerade erst angefangen. Leute in Tiere verwandeln, eine Heil-Aura, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, was Aura of Vitality macht. Ich schau sie mir nochmal an. Okay. You can use a bonus action to cause one creature in the aura to regain 2d6 Hitpoints. Das kannst du eine Minute lang machen. Aha. Das heißt, du kannst im Grunde, sobald du den mal angeworfen hast, den Rest des Kampfes jede Runde für eine Bonusaktion Leute heilen. Und zwar gar nicht wenig. Ja komm, nehmen wir noch das. Das könnte sich vielleicht als nützlich erweisen. Ja. Dann müssen halt, also das hat keine irrsinnige Reichweite, 30 Fuß Radius. Kann ich die Person sein? Ja, natürlich. You can use, äh, es ist sogar explizit one creature in the aura, including you, to regain 2d6 Hitpoints. Das könnte meine Rüstungsunfähigkeit ausgleichen, sozusagen. Ja, das ist doch gut. Und alle anderen müssen dann halt auf Tuchfehlung gehen. Das ist eh besser, wenn es kalt ist, also. Ja. In Dungeons ist das ja eher normal. Ja, das ist doch alles sehr cozy und kuschelig. Und du isst jetzt Osterhase. Das ist zu früh, um Osterhase zu essen. Oder jetzt komm ich in die Hölle. Bestimmt. Also, nachdem wir The Good Place fertig geschaut haben, würde ich sagen, du bist eine gute Gesellschaft. Eine sehr empfehlenswerte Serie übrigens, The Good Place. Nicht spoilern. Ich sag nur, es fängt an mit der Prämisse, jemand wacht auf und wird begrüßt im Jenseits. Hallo, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Du hast alles richtig gemacht im Leben. Du bist im Good Place. Das, halt, im Paradies. Und, aber die Person ist sich ziemlich sicher, dass sie hier viel am Platz ist und hat riesen Panik, dass es vielleicht auffliegen könnte. Und dann gibt es das Gefühl, also, gibt es sehr, sehr viele weirde Twists, sehr, sehr viele schräge Charaktere und ich habe sehr viel gelacht, aber auch ein bisschen geheult. Sehr gut. Gibt es das auf Amazon Prime? Ich glaube, ne? War das auf Prime? Oder war das auf Netflix? Ich glaube, je nachdem, welche Staffel kann sein, dass es dahin und her gewandert ist. Aber wenn man Kristen Bell mag und wenn man Ted Danzen mag, und wie kann man die nicht mögen, muss man dieses Hirn hier gucken. Und wir labern jetzt noch ein bisschen dummes Zeug, während Magie meinen Charakter steigert. Dein Charakter ist fertig gesteigert. Mein Charakter ist fertig gesteigert. Vielen, 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 vielen Dank. Fühlst du dich jetzt stark schönen und kräftiger als vorher? Es gab keinen Attributsbonus. Nee, nee. Ich fühle mich aber ausdauernder. Ich habe immer noch das Gefühl, was kompensieren zu müssen, weil du konstitutioneller besser aufgestellt bist als ich. Ja, das stört mich jetzt, wo du mit deinen Werten geprahlt hast. Aber ich bin genauso stark wie du. Ich habe nicht geprahlt, dafür bin ich wirklich ungeschickt und hässlich. Ich bin auch hässlich. Es liegt alles in der Familie, auch wenn wir nicht blutsverwandt sind. Es wird auch gefragt, welche Serie, meine Serienempfehlung, die nichts mit dem, was wir hier machen, zu tun hat, abgesehen davon, dass es darum ging, dass man vielleicht in die Hölle kommt, ist The Good Place. Eine Serie, so seltsam das klingt, über Moralphilosophie. Sehr spannend, sehr unterhaltsam. Macht gute Laune. Ja. Ich kann nur schlechte Laune Sachen empfehlen gerade. Ich habe vorgestern, glaube ich, das weiße Band wieder gesehen von Harnicke. Der ist mal richtig gut drauf. Das vierte Mal habe ich mir das Ding angekommen. Ich habe keine Ahnung, was mich daran so fasziniert, aber irgendwas fasziniert mich daran. Ich wollte mich noch bedanken für eine andere Empfehlung, die du gemacht hast. Warum Rassismus? Sehr, sehr gutes Buch, wenn man in der Materie noch nicht so tief drin ist, weil es einen richtig, richtig guten Forschungsstand ringsumumschlag macht. Ja, ja. Und dann auf jeden Fall noch das Integrationsparadikation hinterher schieben oder vorher lesen. Egal. Okay, dann ist das das Nächste auf der Liste. Nein, aber das war so, okay, vor allen Dingen halt mit dem Zusatz, ja, viele von diesen Dingen werden gerade wieder diskutiert, obwohl sie der Forschung schon lange durch sind, weil sich eine Menge Leute damit beschäftigen, die keine Ahnung haben. Ja. Ohne die Verblümung gesagt. Ich so, oh ja, das erklärt eine Menge. Das erklärt eine Menge, das erklärt, warum manche Leute so, wir haben das doch schon längst und für andere ist es dann eben wieder so fresh und neu und wir müssen es jetzt, ja. Wir haben es auf Autofahrt und wir haben es als Hörbuch tatsächlich gehört und das ist nicht die leichteste Form, man muss sehr konzentriert dabei sein, weil es sehr verdichtet ist, aber es hat funktioniert. Ja. So. Darf ich nochmal kurz auf The Good Place zurückkommen und fragen, ob du noch weißt, wie wir darauf kamen, dass wir The Good Place gucken müssen? Weil du sagtest, du kommst jetzt in die Hölle, weil du den Osterhasen... Nein, 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 nein. Damals, als wir angefangen haben, The Good Place zu gucken, Staffel 1, wieso haben wir das damals gemacht? Weil wir auf einer Hugo-Awards-Zeremonie waren. Und in der Kategorie Beste Serie wurde das, Beste Science-Fiction-Serie, wurde die Folge The Trolley Problem aus The Good Place nominiert oder hat sogar gewonnen, glaube ich. Und wir haben allein bei den kurzen Szenenauszügen aus dieser Serie so lachen müssen, dass wir gesagt haben, okay, die müssen wir uns anschauen. Und The Trolley Problem ist auch eine der besten Folgen. Ja, okay. Das heißt, The Good Place ist jetzt nochmal... Ich habe gerade wieder mal dieses Amazon Prime. Das habe ich manchmal, wenn ich was bestelle bei Amazon und feststelle, es kostet mir auch... Egal, ihr wisst, wie das läuft. Ja, ne. Wir verstehen dich, wir fühlen mit dir. Okay. So, oh, wer kann jetzt Leomans Tiny Heart? Äh, hier, ich, also... Yes. Einer der besten Zauber. Es ist so doof, aber so toll. Ja. Und es gibt viele Zauber, die wahrscheinlich nützlicher wären, aber das ist der perfekte Zauber für diese Gegend. Ja. Gut. Abrufung Gegend. Wir haben jetzt eine Menge Bullshit. Nein, Bullshit nicht. Nein, wir haben uns über interessante Dinge unterhalten und ein paar Empfehlungen für Bücher und Serien gemacht, was generell nicht schaden kann, obwohl wir da auch Formate für haben, aber es gibt immer noch etwas, über das man reden kann. Und das, dass man Leuten ans Herz legen kann. Und ich denke, dann können wir jetzt langsam versuchen, wieder die Zehen ins Eiswasser vom Eiswindtal zu tauchen. Oh. Also gucken, ob wir da jetzt wieder weitermachen. Wir waren zuletzt in Kärdineval. Mhm. Hier, mittig, recht mittig auf der Karte gelegen aktuell. Nachdem ihr in Kärkonik einen Kult mehr oder weniger ausgerottet habt, vorsichtig gesagt. Gut, ihr habt eine Menge Leute dann am Ende verhaften lassen, aber ihr habt auch einige von ihnen umgebracht. Und vor allen Dingen habt ihr dort auch eine Bekanntschaft oder eine Begegnung gehabt mit einer Erzfeindin in Spee, sozusagen, aber allein durch die Organisation, zu der sie gehört, für Sir Relka. Sie ist nämlich von einer Magierorganisation, der eher sehr Spinnefeind ist von der Arkanenbruderschaft, die etwas Bestimmtes hier sucht. Ja. Das war Begehrlichkeit, nicht wahr? Begehrlichkeit, ja. Eine Albino-Tieflingfrau. Ja. Und aktuell seid ihr in Kärdineval, wo ihr vor allen Dingen dem alkoholkranken Dorfvorsteher begegnet seid, einem Drachenblütigen. Und der euch darauf aufmerksam gemacht hat, dass regelmäßig Dinge gestohlen werden in dem Ort und vor allen Dingen Dinge, die aus Tschardalin bestehen, was ein sehr seltenes Metall, eine Substanz ist, sagen wir mal so. Ein Metall, das aber bei sehr niedrigen Temperaturen schon flüssig werden kann und das im Grunde wirkt wie schwarzes Eis vom Aussehen her und das im ganzen Eiswindtal verteilt ist, seitdem vor einer ganzen Weile mehrere Abenteurer einen magischen Turm eines bösen Zauberers in diesem Tal kaputt gemacht haben. Wie hieß er nochmal? Kessel? Kessel. Kessel, genau. Ich bin ja mal überlegen, welchen Küchengegenstand das war. Nudelsieb. Nudelsieb. Und Kessel ist noch der realistischste. Es war nicht Durchschlag oder Pfanne. Kessel, der versucht hat, das hier alles unter seine Kontrolle zu bringen und als dessen Turm, der durch den Einfluss eines bösartigen magischen Splitters entstanden ist, explodiert ist, haben sich seine Teile im ganzen Eiswindtal verteilt. Und dieses Chardalin, das scheint jemand zusammen zu stehlen und ihr habt es geschafft, einer von den Personen, die hier als Diebe umherschleichen, aufzulauern und sie sehr erfolgreich mit Magie und einem Netz einzufangen. Und es handelt sich dabei um einen Dwerga, um einen Tiefzwerg, was eine besondere Unterpopulation von Zwergen ist, die im Unterreich leben und die einige ungewöhnliche Fähigkeiten haben, die den meisten Oberflächenzwergen abgehen. Die können sich größt vergrößern, verkleinern und unsichtbar machen. Und dementsprechend habt ihr einen unsichtbaren Zwerg gefangen. Und da haben wir, glaube ich, aufgehört. Genau. Ihr hattet den im Netz. Mal kurz für den Kontext, dass dieser Sturm explodiert, ist das auch schon über 100 Jahre her, oder? Ja, ziemlich. Es wird ein bisschen verschwiegen, sag ich mal, dass es diesen 100 Jahre Zeitsprung gab. Aber der ist der vierten Edition von Dungeons & Dragons geschuldet. Die haben gesagt, wir schneiden ganz viele alte Zöpfe ab, machen einen Sprung von 100 Jahren in die Zukunft und ändern ganz viel an der Welt. Und die in die Fünf hat gesagt, aber den Leuten gefiel es vorher besser. Wir schreiben jetzt nichts wirklich um. Wir retconnen nicht wirklich was. Aber im Grunde ist es jetzt wieder wie vorher. Und wir reden nicht so richtig drüber, wenn wir nicht müssen. Naja, angesichts der Tatsache, dass sehr viele Bewohner dieser Welt von Toriel ja auch deutlich langlebiger sind, als wir Menschen hier in der realen Welt, macht es für einige auch gar nicht so einen großen Unterschied. Viele Elfen und Zwerge merken das gar nicht so richtig, wenn wir noch 100 Jahre vorbeigehen. Und der ist dann wiedergeboren werden. Wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr den gerade quasi im Netz gefangen. Ja. Und wirklich genau in der Situation haben wir aufgehört. Das heißt, ein Netz über einer unsichtbaren Person breitet sich aus. Und als ihr mehr oder weniger euch so ein bisschen auch innerlich selber feiert und auf die Schulter klopft dafür, wie gut ihr das gelöst und aufgebaut habt, wird diese Person auch sichtbar. Und ihr seht einen gedrungenen Zwerg mit einem weißen Bart und weißen Haaren, die ihn zu ziemlich aufwendigen Frisuren geflochten sind. Und der wütend an den ganzen Verknotungen und an dem Netz zerrt und sich dann umschaut und laut polternd auf zwergisch etwas brüht. Kann irgendjemand von euch eigentlich zwergisch? Und ich habe vergessen, dass wir ein Intro haben. Das könnten wir noch machen. Jetzt ist es auch egal langsam, oder? Okay. Aber es ist doch so schön. Ja, lass mal das. Na gut, dann lass es einmal laufen. Du hättest natürlich das Intro laufen lassen können, statt dem Eröffnungsding. Aber okay. Ja. Und dann machen wir nach dem Intro es nochmal schön. So. Okay. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich auch. Passiert dem Besten. Intro. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mein Plan wäre, ich halte mich in dieser wunderschönen, eingeflochtenen Hart- und Barthaarpracht fest, also so, keine Ahnung, Füße durch irgendwelche Schlaufen oder ähnliches, sodass das möglichst schwierig hat, mich darunter zu kriegen. Und würde mich gerne in Richtung von empfindlichen Körperteilen wie Nase oder Augen vorarbeiten. Gut, ja, dann kletter mal auf ihm rum. Also du kannst einfach in dem dranhängen also du hast, denke ich, wieder die Wahl zwischen Athletik und Akrobatik, je nachdem ob du da eher wie so ein wütende Krabbe dich dann festhältst oder wie ein Eichhörnchen auf ihm rumklettern möchtest. Ja, also es wird nicht gut aussehen. Da bin ich schon völlig es wird ganz schlimm aussehen. Wahrscheinlich hänge ich gerade irgendwie vom Kopf nach unten an seinem Bart oder so. Du hängst eher mit so einem Fuß durch eine Schlaufe und du bist etwas unfreiwillig an ihm hin und her gedenken, baumelt. Ich erinnere euch dran, ihr habt auch Re-Rolls. Es wurde, glaube ich, schon tatsächlich einer oder sogar zwei verschenkt. Aber ansonsten, wie ist der Plan der anderen beiden? Ich laufe... Entschuldigung. Ne, du zuerst. Okay. Ich laufe raus, hinaus, ins Kalte, in die Nähe dieser riesigen Gestalt, die ja wahrscheinlich einen Fuß von den anderen setzt und versuche mit Taschenspielertricks, alias Prestigitation, den Schnee direkt da, wo er den Fuß hinsetzt, noch kälter werden zu lassen, in der Hoffnung, dass er ausrutscht. Noch kälter werden zu lassen. Ja, damit es eben so ein Eis sich bildet. Also damit das schön zusammen dinget. Mal gucken, ob es klappt. Also was du erzeugst, du presst deine Hände hinein und lässt die Magie fließen. Du presst die Digitation, also diese Trink... Ungefähr drei Meter Reichweite. Ich muss nicht direkt unter den Fuß. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Das Ding ist groß. Es gibt auf jeden Fall einen Knistern und es steigt so einen bleicher Nebel vom Schnee auf, der in dem Licht der Lampe eher wie so zartrosa Schleier aussieht. Und das bedeutet aber im Endeffekt nur, dass sich so eine Haarschschicht auf dem Schnee gebildet hat und der Dürger, als er hin und her stapft und versucht, mit einer Hand irgendwie Jahre sich vom Rücken zu packen, dass dabei haufenweise spitze Eiskristalle an dir vorbeifliegen. In deinen Haaren hängen bleiben. Und zu guter Letzt Theerik. Ich will etwas ähnlich Raffiniertes machen. Und zwar will ich mit einem Knüppel draufhauen. Das ist immer gut. Ich nehme an, dass die Waffe, die ich bereit gemacht habe, für diesen Fall der Knüppel ist, weil wir jemanden lebendig fangen wollten und deswegen denke ich, den habe ich in der Hand und würde jetzt gegen seine Knie hauen. Dann hau gegen seine Knie. Wunderbar. Darf ich einfach angreifen? Ja, ja, du darfst einfach. Machen wir keine Indie? Okay. Ach, du hast recht. Wir machen Indie. Nein, nein, ich bestehe nicht drauf. Mist, das wuchs in mich herein. Also ich hätte jetzt gesagt, dass es erstmal nur einen Moment absoluten Chaos gibt, während er sich verkleinert, vergrößert, Jahre irgendwie hin und her geworfen wird, dass alle immer etwas sagen machen können, bevor wir weiter entscheiden. Eine 24 ist ein sehr schöner, sauberer Treffer. Und fünf Punkte. Schaden. Ja. Das ist nicht so berühmt. Hätte besser sein können, aber immerhin hast du getroffen. Gut. Der Zwerg schreit immer noch auf Zwergeschnur jetzt sehr, sehr viel lauter. Das bringt es um Artois und Relka fallen mit einem Klirren und Klappern. Große Eiszapfen von dem Überhang über der Veranda vor dem Nordlicht. Und die Fensterscheiben beben ein bisschen rechts und links von euch. und jetzt gehen wir in die Initiative. Oh, ich habe noch mit Vorteil gewurfelt und ich mache das nochmal. Wir hatten natürlich keine Token, weil wir nicht in einem Kampf, in einem Dungeon sind. Warte, wir können das ändern. Ein Dungeon. Aber ich will meinen Wert behalten. Ja, ich will auch. Ja, den behalten wir. Ich trage den einfach von Hand ein. Keine Sorge. Es gibt zu viele Karten. Und zu viele Ebenen. Konink. So viele Karten. So viele Ebenen. Jetzt habe ich wieder die falsche. Okay. Sind wir nicht in Kehrt Dineval? Das ist... Aber ist egal. Irgendein Kehr. Nein, ihr seid in Kehrkonik. Was mein... Kehrkonik ist das mit dem kaputten Kehr und ihr wart in Kehrt Dineval, wo neben Kehrt ein... Ein ganzes Kehrt war. Ihr wart nicht bewusst, dass da ein See ist. Okay. In welchem Kehrt der See ist? Konik. Mhm. Ähm... Ist das das Nördlichste? Nein. Okay, da sind wir wieder zurückgelaufen. Genau, ihr seid wieder nach Süden gelaufen. Okay. Ich versuche, eure Charaktere auf die Karte zu ziehen. Okay. Sonst können wir uns auch merken, in welcher Reihenfolge wir dran sind. Es sind ja nur drei Leute, also ich denke, wir schaffen das schon. Ich weiß nicht, warum, aber Terik und Yara weigern sich hartnäckig. Arthur ist da, wo er sein soll. Gut, so oder so. Ähm... Dann brauche ich auch einen Token für den Duerga. Ich habe Sir Relka für den Duerga gehalten, wegen dem Bart. Nein. Aber wenn ich jetzt hier näher ranzoome, merke ich, das sieht weniger aus wie ein Duerga und mehr wie ein wertiger Zauberer. Das ist jetzt offiziell der Duerga. Gut. Damit kann ich ihm nämlich auch einen Zug zuteilen. Das sieht weniger aus, wie der Zweig, als der Recker aussieht wie ein Zweig. Ja, das ist vollkommen korrekt. Wir kämpfen gegen dieses Ortsschild. Das ist nicht immer alles so richtig schön. Ähm, der hat einen Neun. Yara hatte eine 21. Arthur hatte eine Zehn, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wer für Sir Relka gewürfelt hat. Ich. Ich glaube, der hat höchstens irgendwie Gewandtheit plus 1 oder so. Wir geben ihm einfach die 7. So, das hat er jetzt davon, wenn er nur ein NSC ist. Und dann. Das ist hier nur ein NSC. Und 19 für Terek. Wer habe ich mit notiert? So, dann haben wir jetzt Zeit darauf verwendet, die Zeit zu regulieren. Und können mit Yara anfangen. Du hängst an einem Duerga auf sehr unwürdige Art und Weise, der versucht, dich abzuschütteln. Und du befindest dich aktuell so auf der Höhe mit der Dachrinne. Mit der Dachrinne? Vom Haus. Und er macht auch gerade einen Schritt rückwärts, so als wolle er sich fast wie so ein Bär, der irgendwie sich schubbern will, den Rücken gegen das Haus pressen. Iiii! Ja, das ist schlecht. Also, ich darf nicht vorne hin, weil dann könnte er mich einfach greifen, hinten zwischen ihm und der Dachrinne zerquetscht zu werden. Das ist auch keine so geile Idee. Kann ich von ihm auf diese Dachrinne kommen und um ihn dann gegebenenfalls eventuell von da oben zu beschießen. Später. Ja. Erneut Akrobatik oder Athletik, um zu schauen, wie sauber du da landest. Ich mache jetzt wahrscheinlich gleich einen Supermeld im Schnee, wie ich mein Glück kenne. Nein! Oh, das könnte klappen. Das ist die dritte 23 in Folge. Ach so, kaputt. Ja. Nein, du wirfst dich mit einem Beherz, du ziehst deinen Fuß aus der Schlaufe an seiner Kleidung, wo du hängen geblieben bist, hältst dich kurz mit den Händen fest und stößt dich dann ab von ihm und um einen beherzten Sprung auf dem Dach zu landen. Und bei dem Ergebnis würde ich sagen, kannst du sogar noch angreifen. Ja, dann schieß dich auf ihn. Ja. Ähm. Nö, nö, nö. Wo ist denn mein, mein, hier, wo? Das ist insgesamt eine 21. Das trifft den Dwergern. Problemlos. Und du hast ihm wie viel Schaden gemacht? Neun insgesamt. Ja, hier hat noch niemand das ansonsten unvermeidliche Huntersmark gesetzt. Insofern ist der Schaden ja fast noch harmlos. Ja, ich dachte, ich will jetzt, ich will jetzt nicht noch stretchen und sagen, aber habe ich meine Bonusaktion noch? Deswegen, ich bin aufs Dach gesprungen. Ich habe Legolas mäßig meinen Bogen wahrscheinlich quer gehalten und ihm einfach irgendwie ins Gesäß geschossen. Ich bin damit zufrieden für diese Runde. Es gibt auf jeden Fall dieses Twoop und dann steckt ihm in, eher so auf Nierenhöhe würdest du sagen, in der Leder- und Plattenrüstung ein Pfeil. Und er schlägt sich mit einer sehr großen Hand dagegen. Terech, was machst du? Terech, was machst du? Das gleiche mit der Zukunft. Du schlägst ihn mit einem Knüppel. Ich kann mal weiter mit meinem Stock. Wozu bin ich schon gut? Könntest dich auch wieder in einen großen Vogel verwandeln und hin und her laufen. Ich schläge einfach in die Luft, würde ich sagen. Das ist das, was ich am besten kann. Ich schläge einfach in die Luft. Du schlägst zu, aber die ganze Ausrüstung hat sich auch vergrößert und du schlägst dementsprechend einfach gegen seine nicht unbeträchtliche Beinpanzerung. Es gibt nur so ein dumpfes Trock. Trock. Du versuchst da irgendetwas zu bewirken. Trock. Trock. Arthur von weit her macht was. Arthur krabbelt erst mal wild zurück, weil er fliegt so nah. Er musste ja auch drei Meter ran, um das zu machen. an diesem riesigen Ding dran ist und versucht, sich in einiger Entfernung zu bringen, um halbwegs sicher zu sein. Benutzt seine Bonusaktion, um zu brüllen, bringt ihn zu Fall und gibt damit Terek eine Vardic Inspiration. Du Riesenzwerg! Ergib dich! Brüll ich und das war ein Vicious Mockery mit ziemlich wenig Ideen, weil ich gerade viel zu sehr in Panik bin. Gut. Wir schauen mal, wie er die verträgt. Eine Zehn. Was hat er für einen Bonus? Keinen Bonus auf Weisheit. Damit sollte er gescheitert sein. Und er dreht sich um und er schreit auf zwergisch was. No canek na dwarf! Und glaubst quasi zu verstehen, dass er sagt, ich bin kein normaler Zwerg. Ist also beleidigt durch die Bezeichnung, dass du ihn als Zwerg und nicht als Dürger bezeichnet hast. Immerhin nicht schlecht. Alles klar. Tief in dem Verletzter. Ja. Was hat dein W4? Ein W4? Moment. Ich habe vergessen, wie ich das hier in Kurzform mache. Querstrich. Ich kann auch für dich einfach. Es gibt auch den Dice Roller, der macht das. Okay, der macht das total gut. Und was viel wichtiger ist, der müsste jetzt einen Nachteil haben. Der hat jetzt einen Nachteil. Sehr schön. Beim nächsten Angriffswort hat der Nachteil. Beim nächsten Angriffswort, ja. Damit sind wir bei Zyrelka. Seitdem du möchtest dich noch, du hast dich ja schon ein bisschen wegbewegt und aus sicherer Entfernung gerufen. Zyrelka steht immer noch am Eingang, beäugt kurz die Eiszapfen, die da oben klirren, und ruft dann, wollen wir den immer noch lebend fangen? Ja. Das ist ärgerlich. Und dann überlegt er erstmal scharf, welche Zauber er vorbereitet hat. Während ich so kurz reinschaue, was er überhaupt kann für ihn. Und wenn ich da nicht schnell was Schönes finde, überlegt er einfach noch oder so. Oder er grillt ihn. Er kann sehr viel Aua machen, wo man Leute nicht lebend fängt. Ja, ausgesprochen. Hatte er nicht Schlaf? Hatte er das wieder aus seinem Zauberbuch entfernt? Oh, ich hab auch Schlafen. Ja, aber ich glaube, das eine Mal, dass er es eingesetzt hat, dann hatte er nicht genug Trefferwürfel oder irgendwie sowas, die einen schlafen. Er hatte ziemlich sicher Schlaf, ich weiß noch nicht, ob er es vorbereitet hat, ja. Mhm. Ansonsten könnte der auch so eine Floating Disc unter den Fuß von dem Vieh packen und versuchen, ob es dann umkippt, weil es verwirrt ist, weil es plötzlich irgendwo drauf tritt und was sich bewegt. Nein, nein. Was er tut ist, er richtet sich auf, deutet auf den Dürger und ruft sehr laut Schrumpf! Und dann schauen wir mal. Nein! Dann ist er wieder schwerer zu treffen. Und der Dürger dreht sich um, kurz zuckt sein Kinn, was er nur sieht, dass sein Bart halt eben so leise hin und her wippt und er wird wieder normal groß. Tatsächlich entsteht da. Da hat er ja mies gewürfelt. Da bleiben wir einfach da, wo er ist. Damit ist auch der Dürger dran. Und die Person, die direkt am nächsten an ihm dran steht, ist aktuell Terik, der ja zuletzt mit seinem Knüppel auf ihn eingeschlagen hat. Und er selber zieht eine, ja im Grunde so etwas wie eine kleine Axt oder Spitzhacke aus dem Gürtel, die er schwingt. Die ist fein verziert und offensichtlich durchaus für den Kampfeinsatz gedacht. Plus vier. Oh oh. Das ist insgesamt ein 19, aber... Hat er einen Nachteil? Du hast recht. Danke für die Erinnerung. Und das ist nur eine 9. Das heißt, das geht fehl. Und auch, dass er verkleinert wurde, hätte selbst wenn er getroffen wurde, deutlich was geändert, weil er verdoppelt die Würfel ansonsten, wenn er in der großen Form ist. Natürlich. Die Schadenswürfel. Ja, nein, also das heißt, er hackt einfach ziemlich wahllos an dir vorbei und stolpert ein bisschen herum. Und Yara hätte dann jetzt mehr oder weniger freies Feld. Die Frage ist, was möchtest du tun? Es wurde ja gesagt, eigentlich wollte er ihn lebend haben. Ja, ich weiß, wenn ich ihn jetzt erschieße, ist er wahrscheinlich tot. Die Frage, meine Frage wäre, die Duerger sind Zwerge. Also, dass der jetzt so groß war, das war nicht normal, richtig? Das sind keine Giganten. Das sind Zwerge. Aber ihr habt, glaube ich, euch vorher schlau gemacht darüber und ja erfahren, dadurch, dass ich scharf nachgedacht habe, Duerger können sich unsichtbar machen und sie können größer und kleiner werden. Die Frage ist, also, ich probiere es wahrscheinlich einfach mal, ich spreche ihn mal an in einer anderen Sprache, in der Hoffnung, dass er die vielleicht kann oder versteht, ich spreche Giant. Und was sagst du? Ja, also singe mir sowas wie, hör mal zu, du Würst, Hände in den Himmel. Ja, und das ist auf, wahrscheinlich dann sowas wie, Oh, du abgehangener Fleischstreifen, richte die Hände zu den Ahnen. Er wirkt etwas irritiert und er antwortet auf tatsächlich passablem Riesisch. Was sprichst du, bleiches Stück Vogelkacke? Er dreistet dich nicht, das Wort an mich zu richten. Mhm. Ehrwürdiger Bartträger, jetzt mal hier, Hände zu den Ahnenrecken und stillhalten. Er schaut ringsum, er sieht einen ziemlich schlecht gelaunt aussehenden Magier, Terik mit der Keule in der Hand, dich mit dem Bogen und mach mal nur einen Wurf auf Überzeugung oder Einschüchtern, aber mit Vorteil. Oh je, oh je, das ist alles, ich kriege alles sehr schlecht. Wie, Vorteil klingt schlecht? Nee, also das Vorteil ist super, aber ich hab halt so einen Top-Charisma-Wert, ne? Deswegen kannst du, du kannst gerne Einschüchtern mit Stärke statt mit Charisma-Würfeln. Oh je, wie macht man das denn? Du würfelst einen W20 und machst deinen, machst deinen anderen Bonus drauf. Alright. Manuell, ja? Ja, wie die Tiere. Kann ich mir angucken, was du da kurz vorm Einen gibst, das ist gut. Würfel eins. Eine zwei. Ja, das ist der erste. Ja. Eine 17. Oh, die würde ich doch... Und wenn ich Stärke dazu nehmen kann, sind das drei. Schön. Ähm, ja. Der Dolger lässt seine Spitzsacke fallen und hebt dir die Hände nach oben. Äh, Terik, möchtest du ihn einnetzen? Einnetzen? Ach so, das Netz liegt hier immer noch. Oder fesseln. Fesseln wir ihn doch. Ja. Auch gut. Ich möchte ja nur anmerken, sagt Zereka von der Tür her, dass er sich verkleinern kann. Dann sollten wir ihn vielleicht auch noch in irgendetwas stecken, wo er nicht so einfach rauskommt, wenn er klein ist. Möglicherweise eine Milchkanne oder so etwas. Wie klein war er denn eben? Ich hab das gar nicht gesehen. Auch nicht. Ich hab nur draufgelegen. Bist du ja nicht schon schwer verletzt sein, wenn du auf ihm drauf lagst, wenn er klein war? Vielleicht. Also, du hast ihn zwar nicht gesehen, aber du würdest sagen, dass er vielleicht so groß war wie ein Eichhörnchen. Wie ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Gut, damit ich Bescheid weiß. Ich packe ihn einfach in den Handgelenken und zerrehe ihn in die Taverne. Ja, ich suche einen, entweder einen Waschzuber aus, äh, Metall oder ein, tatsächlich eine große Milchkanne oder irgendwie sowas, wo wir seine Füße auch reinstellen können. Es ist, einen Waschzuber aufzutreiben, ja, tatsächlich. Sehr gut. Ja, dann kommt er da rein. Rein theoretisch, wenn er klein ist, nicht einfach so rausklettern kann. Ja, und das gießen wir mit Beton aus. Nein, 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 Na ja, ihr könnt Wasser reingießen und ihn ein bisschen draußen stehen lassen, dann ist es festgefroren. Ja. Oder so, ihr habt einen Dwerger. Ja. Reika ist sehr froh, als es wieder in die Wärme zurückgeht. Ich auch. Und ihr habt einen sehr, sehr wütend reinschauen, den Zwerg seiner Augenbrauen sind so tief über die Augen heruntergezogen, dass ihr die fast gar nicht mehr sehen könnt. Es bildet sich so ein steiles Weh insgesamt an Falten auf seiner Stirn. Das hast du gut gemacht, Yara, mach weiter. Frag ihn, wo wir hin müssen, um seine Kumpanen zu kriegen. Mit der Strucunde. Was wollen wir genau wissen? Naja, wir wollen die Leute fangen, die das ganze Zeug hier klauen und vielleicht rausfinden, warum sie es klauen. Wobei wir das ja eigentlich schon wissen. Du, wissen wir nicht? Warum nimmst du Dinge aus diesem Haufen Steine hier? Damit meine ich die Siedlung. Wir nehmen schwarzes Metall des Eises, weil unser Anführer daraus formt mit Hammer und Hitze eine Waffe, die sehr groß ist. Ich übersetze das. Sehr groß. Wo schmiedet er das kalte Eisen? Ich spreche nicht und ihr werdet alle tot sein. Bald. Er sagt, er will nicht auspacken und wir sterben alle bald. Na, wenn wir wirklich alle bald sterben, kann er doch auch reden, oder? Dann ist doch egal. Ja, gut. Wenn wir alle bald sterben, ist es gleich. Du kannst reden. reden. Er scheint kurz einen Moment irritiert zu sein und sagt dann, nicht jetzt sofort eine Weile noch, deswegen nicht reden. Aber du wirst zu den Ahnen gehen, wenn du nicht redest. Ihr mich lasst gehen oder meine Art, meines gleichen, werden Haufen von Steine in Ebene von Steine verwandeln. Ja, aber wenn Haufen von Steine in Ebene von Steine verwandelt wird und wir eh alle zu den Ahnen gehen, ist das keine sehr gute Drohung. Riesisch ist schwierige Sprache. Ja. Schlechte Verhandlung. Ja. Er atmet tief durch und sagt dann auf der Gemeinsprache. Ich werde euch nicht erzählen, wo unser Anführer die Waffe baut. Tötet mich, wenn ihr das wollt, aber dann werdet ihr mit den Konsequenzen leben müssen. Wieso habt ihr die ganze Zeit in dieser komischen Sprache gesprochen, wenn er unsere Sprache spricht? Ja, Rau. Wo hätte ich denn wissen sollen, dass der Gemeinsprache spricht? Nun, die Frage ist, lassen wir Sir Relka ihn foltern oder rebelliert dann wieder mein Magen? Warum soll Sir Relka ihn voll hören? Wollt ihr das, Relka? Nun, ihr wisst schon, Feuer, diese seltsamen Magier, die diese furchtbaren Dinge machen, die Wesen bleiben ewig am Leben, leiden, mir wird schon ganz schlecht, wenn ich an das letzte Mal denke. Nein, ich kann das nicht zulassen, dass Sir Relka ihn foltert. Das hat er schneller hinter sich. Zwerg schaut hin und her, ist Sir Relka auch für einen Moment, bevor er dann sagt, ja, ich kann da sicherlich noch weitere Erfahrungen drin sammeln. Naja, aber als du das letzte Mal jemanden gefoltert hast, war er schnell tot und konnte nicht mehr so viel reden. Hör mir zu, wenn du jetzt auspackst, musst du ja nicht alles erzählen, also musst du nicht sagen, wo genau der da sein Eisen schmiedet, aber du könntest dir zum Beispiel erzählen, wo du hergekommen bist, das wäre kein Verrat und dann hören die vielleicht auf, sich solche Gedanken zu machen. Und dann lasst gucken, es könnte sein, dass du vielleicht eine Weile hier bleiben musst, aber es gibt eine Festung nicht allzu weit von hier in einem Tal, ich kann euch das beschreiben, da sitzt mein direkter Vorgesetzter. Von dort wird das koordiniert, die Diebstähle in den Städten. Da können wir doch mit arbeiten. Wenn ich ehrlich bin, ist der ein ziemlicher Arsch. Sagt man das so? Ja, das sagt man so. Ich hätte ihn ein Kinn genannt. Also ein nacktes Kinn. Oh, das ist beider genauso schlimm. Nur Arsch riecht meistens schlechter als Kinn. Gut, also wir haben dann wahrscheinlich eine Beschreibung von dieser schönen Festung, wo sein unmittelbarer Vorgesetzter arbeitet. Ja, die gibt ihr euch. Super. Ist tatsächlich nicht weit entfernt, aber die Region hier ist halt teilweise durchzogen mit sehr vielen kleinen schwer zugänglichen Tälern, sodass ohne eine Beschreibung darüber zu stolpern ein ziemlicher Zufall wäre tatsächlich. Wo ist das ungefähr auf der Karte? Ja, ich bin gerade dabei, uns dorthin zu orientieren. In der Nähe von Keridineral und wir machen da jetzt wieder einen Questmarker hin, dass es nicht allzu weit davon entfernt. Ja, super. Dann können wir den hier einsperren eine Weile, damit er sich weder vergrößert noch verkleinert und wir können uns diese Festung angucken oder so. Aber Yara, wenn der seinen Chef nicht mag, meinst du, er könnte uns vielleicht helfen, ihn zu stürzen? Helfen? Euch Oberflächlern! Naja, immerhin wird diese Festung ja einen neuen Herrscher brauchen. Ich hatte nicht vor, mich dort breit zu machen. Ihr lasst mich gehen und damit ist unsere Aufgabe erledigt. Unser Austausch. Und der hier scheint sehr klug zu sein und ist ein wahrer Kämpfer. Immerhin mussten wir vier Leute sein, um ihn niederzuringen. Er wäre sicher ein besserer Anführer. Ich glaube auch, ja. Angesichts der Tatsache, dass nur Söhne unseres obersten Anführers nein, das wäre nicht möglich. Nun, irgendwann wird jede Geschichte neu geschrieben und auch der oberste Anführer wird nicht viele Söhne haben, höchstens vielleicht 20 oder so. Ich habe euch schon verraten, wo sie sitzen. Jetzt wollt ihr noch, dass ich die Waffe zur Hand nehme und gegen meines gleichen kämpfe? Das würde ich nicht für euch tun. Für wen denn? Für mich selbst, aber ich sehe da jetzt keinen Nutzen drin, außer dass ihr mich dann verschleißen wollt. Habt ihr eine Tagesparole oder sowas in der Festung? Nein. Nein. Entschuldigung, Oberflächlerin, aber wir können unseres Gleiches schon erkennen. Nun, wenn wir jetzt zu dieser Festung gehen und dort alle töten, wer wird denn da der Herrscher der Neue? Ich denke, dann wird Xadroca den neuen Sohn dorthin schicken. Nachdem er euch ausgeweidet und von den Füßen aufgehängen hat an seiner Festung. Ah, das heißt, wenn wir dort alle töten, kommt Xadroca von alleine zu uns? Das ist sehr praktisch. Ich weiß nicht. Ich denke, er wird eher jemanden schicken, er verlässt seine Schwede nicht mehr. Wie lange wird es etwa brauchen, bis er da ist, nur damit wir wissen, wie viel Vorräte wir mitnehmen müssen? Es scheint ein Moment tatsächlich drüber nachzudenken und dann das werde ich dir nicht sagen. Reisezeiten und Strecken Scheidungs. Ich könnte es dir sagen, aber ich werde es nicht. Wenn ich irgendwie in seinen Kopf reingucken. Ich gucke Xarelka an. Xarelka tippt sich ans Kinn, streicht sich über den Bart und scheint sehr scharf nachzudenken. Er hat ja noch dieses wunderbare Etwas. Er nimmt den Kristall und hängt ihn wieder in die Luft und er beginnt leise um ihn zu kreisen und dieses pinke Licht auszustrahlen. Nun, du wirst uns also auf keinen Fall sagen. Er denkt gerade über Reisezeiten nach und es ist nicht allzu weit von hier entfernt. Also tatsächlich im Einzugsbereich von zehn Städte. in der Nähe des Zwergentals und jetzt fängt der andere Dinge zu denken um das irgendwie zu verbergen. Nein. Ausgesprochen ohne an die Nähe. Das wird der Vorsteller des Kraft allerdings. Gut, dann wer war der Dicke mit dem Dorfforsteher? Der Dorfforsteher sitzt in einer Ecke mit einem Krug in der einen Hand und schaut die ganze Szene zu fasziniert. Mit dem Dorfforsteher an der Badewanne. Wie groß war er gleich? Wenn er sich klein machen würde, könnten wir ihn einfach in einer Art Kiste oder Schüssel mitnehmen? Ich bleibe aber nicht lange so klein. Die Magie läuft nach kurzer Zeit wieder aus. Und wenn du dann in einer sehr kleinen Kiste bist, was würde passieren? Nein, wir sollten ihn hier lassen, bis wir mit der Festung fertig sind, würde ich sagen. Damit er uns nicht in die Quere kommt. Wie viele Dräger sind in dieser Festung? Oder andere Wesen? Vier. Ich gucke es Arelka an. An welche Zahl hat er gedacht? Schüttelt den Kopf. Na ist auf jeden Fall noch was anderes außer Dräger. Sie haben da noch irgendwas größeres genauer kann ich es nicht sagen. Das dachte ich mir schon. Dann sollten wir ihn möglichst sicher aufbewahren und am nächsten Morgen aufbrechen, oder? Ja. Hedor Versteher. Ja. Kannst du oder irgendjemand hier aus deinem Dorf dafür sorgen, dass ihr auf den aufpasst, bis wir wieder da sind? Millie, Millie, den können wir doch sicher in den Kohlenkeller sperren, oder? Natürlich können wir das. Der kann sich nur verkleinern oder vergrößern, deswegen wäre es wichtig, dass ihr... Der Kohlenkeller hat keinen weiteren Ausgang. Dann stellt mal was schweres auf die Klappe und dann ist er da drin. Gut, dann kann er Kohlen fressen, wenn er will. Ja. Alles, was er da drin machen kann. Gut. Weil ich gebe eben auch ein bisschen was zu essen und zu trinken rein. Das sind ja keine... Unwesen. Unwesen. Ja. Ja. Verzeihung, das ist mir unangenehmer als euch, weil ihr anders riecht, sage ich, und durchsuche tatsächlich den Duerga einmal, um zu sehen, was er so trägt. Also er trägt... Er schlägt immer ein paar Mal deine Hände weg bis Sereka irgendwie vor sich hinten... Feuer, brennende Hände oder Feuerball. Ja. Dann beruhigt er sich ein bisschen und du findest eine kleine Börse, in der sich Geld befindet. Steckst du die ein oder lässt du sie ihm? Die gebe ich erstmal an Terek weiter, der gerade neben mir steht. Danke. Und ein Messer, das er noch am Gürtel trägt, Rüstungen und eine Flasche mit einem Getränk drin, das sehr alkoholisch riecht. Ansonsten hat er vor allen Dingen noch Verzierungen, die er im Bart und in den Haaren trägt, in den Flechten und Zöpfen, die er da hat. Nichts weiter Auffälliges. Gut. Das war's dann wohl. Außer du kannst mir noch das ein oder andere Lied eures Volkes beibringen. Ich kenne, glaube ich, noch keine Duerga-Lieder, sage ich. und würde mich damit noch ein wenig beschäftigen, während... Und du wirst auch nie welche lernen. Oh. Wie schade. Ich habe... Die heiligen Schmiedeliefer der Tiefe sind nicht für deinesgleichen bestimmt. Elf. Heilige Schmiedelieder der Tiefe. So, so. Er zieht einmal sehr lange Rotz hoch, um dir dann vor die Füße zu spucken. Äh, iiih, das macht man doch nicht. Ich gehe tatsächlich einen Schritt zurück, damit er auch so eklig ist. Gut, dann Kohlekeller und wir übernachten hier. Wenn wir nochmal übernachten müssen oder es war Abend, ne? Ja. Also, es ist ja die ganze Zeit dunkel. Es ist eigentlich voll egal, welche Tageszeit das ist. Ja, aber ich bin müde und mir ist kalt, ehrlich gesagt. Die ist immer kalt, aber gut, dann schlafen wir einfach nochmal und morgen früh machen wir uns auf den Weg zu dieser Dürger-Test. Aber mittlerweile gibt es ein kalt und ein kälter und dann noch viel kälter. Ihr und eure Axtschnebel könnt auf jeden Fall hier unterkommen. Ja. Dafür sorgt der Ortsvorsteher im Austausch dafür, dass ihr euch um die ganze Sache kümmert. Ihr seid schon vertraut damit, was die Leute hier in der Gegend für Frühstück halten, nämlich unterschiedliche Formen, Fisch zuzubereiten und ein sehr karges Brot sowie Tee, manchmal mit Milch und danach wärt ihr bereit aufzubrechen. Natürlich immer noch in der steten zwielichtigen Dunkelheit, die bedeutet, dass es rein theoretisch Vormittag ist, aber da die Sonne erst zum Mittag herum sich zeigen wird, ist es immer noch ein grauer, trister Tag draußen, in dem man nur begrenzt weit schauen kann. Nicht nur wegen des mangelnden Lichts, sondern auch wegen des stetigen leichten Schneefalls der Wiederherbrechen. Wenn das so weitergeht mit dem Wetter hat, dann hat er recht gehamft und dann sind wir irgendwann tatsächlich alle tot. Müssen wir noch irgendetwas mitnehmen, bevor wir eine Festung angreifen? Ich meine, beim letzten Mal waren wir ganz erfolgreich. Ein bisschen proviant, da haben wir genug zu beißen haben, falls wir wieder in irgendeinen Schneesturm geraten, aber ansonsten... Wir wissen halt nicht, was für eine Festung ist. Klettersachen haben wir noch. Ich würde sagen, das ist eigentlich ganz okay, solange wir kein Belagerungsgerät werden wir ihn nicht kriegen, außerdem kann es keiner bedienen. Naja, ich würde sagen, belagern ist eh nicht so unseres, eher reinschleichen und dann Dinge tun. Erik, ist schon wieder trockenfleisch? Wir haben doch gerade erst gefrühstückt. Ich hatte nicht genug beim Frühstimmen. Ich bin sehr froh, wieder auf meinem Axt-Schnabel zu sitzen, weil ich meine behandschuhen Hände unter die Federn machen kann und sie dann noch wärmer werden. Gut, ja, dann auf auf die Axt-Schnabel. Ich meine, dass wir nach der Anleitung von diesem freundlichen Zwerg diese Festung finden können. Das könnt ihr. Machen wir uns auf. Ich schicke euch mal dorthin und seiner Beschreibung nach, die scheint ziemlich richtig zu sein, findet ihr dann auch ein schmales Tal, in dem unter Schnee sich ein eingefrorener Bach befindet, beziehungsweise ein Bach, der wohl hin und wieder flüssiges Wasser sieht, irgendwo im Berg, wo er entspringt. Und scheint es warm genug zu sein, dass das Wasser flüssig ist und dann immer wieder friert, sodass es eine sehr seltsame Schneise gibt, aber auch einen Weg, der durch dieses Tal hinaufführt und der wohl öfters benutzt wird. Zumindest ist dort eine Vertiefung wie ein Hohlweg, der sich quasi in die hohen Schneewehen gefressen hat, wo halb zugeschneite Schlittenspulen zu sehen sind. Wie wollt ihr euch denn der ganzen Anlage nähern? Wo sind wir denn gerade? Wahrscheinlich irgendwo auf einem Hügel, der uns das überblicken lässt, ne? Ein Stückchen weiter weg, ja. Okay. Da haben wir einen Tereg, da haben wir einen Natur. Ich wäre gern an jenem Ort weiter hinauf dem Fluss empor. Finde ihn nicht. Rosselewee liegt wohl verborgen unterm Schnee. Soll ich wieder spähen? Soll ich mich wieder in irgendwas verwandeln und spähen? Sehr gut, weil wir wissen ja gar nichts, ne? Ist das nur ein Turm dort hinten? Vielleicht geht das auch in den Berg rein, wer weiß das schon. Das sind Zwerge. Die kuddeln gerne. Ihr könnt ausmachen, dass es da tatsächlich einen Turm gibt, der auch sowas wie Schießschaden hat. Also Turm ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist ein sehr niedriger, fast abgebrochener Turm. Und so viel weiter in das Tal könnt ihr nicht hineinsehen, weil da ist der Schneefall und das Licht wieder eure Sicht verschlucken. Kannst du dich in einen Vogel verwandeln mittlerweile? Nein. Oder? Dann könntest du da hinüberfliegen. Warte mal, auf Stufe 5, glaube ich, könntest du dich inzwischen in was Fliegendes verwandeln. Oder zumindest in was Schwimmendes. Ich weiß nicht, ob das hilft. Doch, da ist ein Bach. Ja. Ein halb eingefrorener Bach, er kann so als Lachse so... Ja. Klatsch, klatsch, klatsch. Achso, das steht ja nicht um das Belsen. Das ist ja auf meinem Hauptdingen des Kirchens. Deine Gestalt wandeln. Wild Shape, ne? Mhm. So viel Text. Danke, D&D, dass du nicht in Stichworten arbeiten kannst. Das erwartet von dir, dass du, nachdem du einmal gelesen hast, alles eigentlich schon weiß. Der Text ist also immer nur für das erste Mal. Oder andere Charaktere oder sowas. Ja, ja, danach weiß ich es immer. Aber bevor ich es gefunden habe, hast du mir schon über den Chat gesagt. Bestimmt, ne? Noch nicht. Noch nicht? Oh. Was suchst du denn? Bist du noch dein Trockenfleischhäschen? Ich esse noch in meinem Häschen, ja? Wenn du dich in etwas verwandelst, was durch die Skischaden durchkann, könnte ich dich vorher unsichtbar machen. Dann kannst du dich darin bewegen, ohne dass sie dich sehen. Nicht, dass sie am Ende Eichhörnchen mögen. Ich glaube, beim letzten Mal warst du ein Eichhörnchen, richtig? Ja. Gibt es Schneehörnchen, die fallen im Schnee weniger auf? Es gibt auf jeden Fall Schneewiesel und Schneehäschen. Aber die Wiesel können besser klettern als die Häschen. Ich habe eine Menge Tiere mit weißem Fell hier gesehen, angefangen bei denen hier, aber die sind zu groß, sage ich, und Tätsche. Nee! Ja. Wir haben heute einen Hermelin hier im Park gesehen. So ein großes Wiesel im Winterpelz. Aber es sah wirklich irgendwie sehr weird aus. Es ist inzwischen ja alles grün. Und ein weißes, so großes Tier, das wild durch die Ingeküpft ist mit einem schwarzen Schwanzspitzchen. Ja. Wollten diese Texte sich irgendwie updaten, wenn ich steigere? Weil da steht bei mir nur At fourth level you can transform into any beast that has a challenge rating of half or lower that doesn't have a flying speed. Könntest du also etwas nehmen, das fliegt, aber nicht flying speed hat? Nein, nein. Das kann flying speed als fliegt. Hier noch nicht in ein fliegendes Tier verwandeln, aber hier steht, was ich auf Stufe 5 tun kann, weil diese Texte hier manchmal ein bisschen scheiße sind. Wie heißt der Spruch? Wild shape. Man könnte natürlich auch einfach in das Players hängen gucken, dass sich in mehrfacher Ausführung in diesem Haushalt befindet und ich glaube, die meisten Versionen davon sind in Umzugskartons, was nicht hilfreich ist momentan. Am Ende kann man auch einfach sagen, weil hier entscheidet das. Also, der Druid Table sagt, dass du auf Level 4 ein Wild Shape Improvement bekommst, du sagst, Level 8 nochmal. Okay, dann wird sich nichts geändert haben. Dann ist die Antwort nein. Wenn wir gehelkonform spielen, dann muss ich wieder das Eichhörnchen nehmen. Oder den Steinmarder oder was auch immer ihr wollt, wo wir glauben, dass die Wand hochkommt. Wie lange wirst du wohl als Steinmarder berauchen, bis du da drüben bist? Der Unsichtbarkeitsspruch hält nicht so lange. Vielleicht eine Stunde, wenn du weißt, was es ist. Es ist so viel wie eine Kerze, die so groß ist, braucht, um abzubrennen, wenn es windstill ist. Aha, danke. So weit weg ist es nicht. Ihr könnt ja auch gar nicht so weit sehen, dass ihr eine Stunde entfernt das Ganze beobachten könntet. Also, Brabacar sagt, auch ab Stufe 8 geht das mit dem Fliegen. Ja, ich habe es auch hart gefunden. Dann probieren wir es doch einfach mal. Es kann ja nicht schaden. Eine Ratte. Ich weiß gar nicht, ob ich dich erst unsichtbar machen kann und dann verwandt. Eigentlich müsste das gehen. Erschreck dich nicht. Ich lege meine Hand auf deine Schulter und spreche Unsichtbarkeit und dann siehst du dich nicht mehr. Ich sehe mich nicht mehr, aber ich erschrecke mich nicht, weil du gesagt hast, erschreck dich nicht. Gut. Sehr gut. Wo sind Teere hin? Ich bin auch hier. Ich hüpfe ein bisschen im Schnee rum, damit man die Abdrücke sieht. Guck mal, das ist lustig. Du siehst, wie er die Abdrücke macht. Du kannst also quasi durch ihn hindurch gucken. Ich hätte erst gedacht, du hast den auch ganz klein gemacht. Das kann ich gar nicht. Das wäre nützlich gewesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt dieser Part jetzt, mein Drelka. Ja. Ja, ich verwandle mich jetzt in ein, was hatten wir gesagt, was soll ich? Eine Ratte? Ratte umgehen? Ein Eichhörnchen? Na, etwas, was gut klettern kann und da durchkommt. Ja, dann ist das vielleicht etwas, was ich irgendwo durchnagen kann, falls du irgendwo durch musst. Dann bleiben wir doch beim Eichhörnchen. Ja. Sehen wir ja halt nicht, ne? Ne, seht ihr nicht. Aber die Spuren sehen wir, siehst du? Er sieht dann gleich aus den Spuren kleine Pfötchen in Wellenbewegungen. Denk dran, eine Kerze, die so groß ist und ungefähr so dick. Hä? Naja, bis die abgebrannt ist. So viel hat er Zeit, bis er sichtbar wird. Ich kann nicht antworten in der Form, deswegen nicht. Nicht, dass er irgendwo mit meinem Tisch sitzt und in dem Augenblick wird er sichtbar. Es gibt eine ganze Menge Lieder, wo so etwas passiert. Dementsprechend hört die Nüsse. Ja. Und seht das Stieben von Schnee als ein unsichtbares Eichhörnchen davon hüpft. Also. Ja. Terik bewegt sich durch den Schnee in seiner unsichtbaren Eichhörnchenform. Die ist immer wieder ein Quell. Ja, ich streichel wie haben wir ihn genannt, Fellknoll nicht. Nein, Schneeball. Ich streiche Schneeball beruhigend über dem Kopf, als er so aus dem Rucksack rausguckt, um zu gucken, was da so lecker riecht. Rieche ich hier Eichhörnchen? Ja, aber das ist Terik. Nicht essen. Oh. Spielverderber. Du kannst aber gerne noch, ich gebe ihm ein bisschen Fisch in getrockneter Form. Er nimmt dir das wieder aus der Hand und nuschelt dann an dem Fisch vorbei. Immer, Fisch ist auch langweilig, aber danke. Bitte. Du näherst dich Terik und kannst dann langsam wahrnehmen, dass es noch mehrere andere Stellen gibt, wo sich Gebäude verbergen, aber dieses Gebäude sind wohl eher in den Stein hineingeschlagen. Hm. Es gibt mehrere Stellen, an denen es Öffnungen gibt, die mit Gitterstäben versehen sind oder die so schmal sind, dass es nur im Grunde Schießschaden sind. Es gibt ein großes Tor, das ans Innere des Berges führt. Ich decke das mal auf und dann kläre ich das ein bisschen genauer. Ich habe das tatsächlich vorher auch schon, weil ich im Stream gucke und gesehen habe. Entschuldige. Ich mache den Stream mal weg. So, damit ich hier ... Ich switche immer zwischen World 20 und dem Twitch-Stream und alle anderen Sachen, die wir aufhaben. So. Ah, oh, ein Tor. Das war mir vorher gar nicht bekannt. Wer wusste, dass da ein Tor ist. Also hier ist tatsächlich ein sehr großes, schweres Tor aus dunklem Holz und Metallbeschlägen. Hier sind mehrere Öffnungen in den Fels hinein, die mit Gitterstäben versehen sind. Hier ist ebenfalls an solcher Öffnung nur etwas schmaler mit Gitterstäben und rechts und links vom Tor sind Schießscharten. Da käme ich durch durch die Schießscharten und Gitterstäbe vermutlich, ne? Da kämmst du durch, korrekt. Und auch diese gedrungene bunkerartige Anlage hier hat eine ganze Reihe von Schießscharten. Dann kletter ich erst mal da rein. Dann kletter ich wieder rein und das Erste, was du siehst, ist ein Dürrgang, der in Rüstung gekleidet, neben sich eine Armbrust an die Wand gelehnt und diese Spitzacke, ähnlich wie der, den ihr festgesetzt habt, im Gürtel dort auf und ab geht und immer mal wieder mit den Füßen aufstampft, während aus seinem Bart große dampfende Wolken aufsteigen. Und weiter hinten im Raum ist eine Klappe, eine Pfeiltür, würdest du sagen. Gut, die werde ich in meiner Gestalt nicht bedienen können. Was ich dann hier drin machen würde, wäre schnell die Sehne der Armbrust durchnagen, wenn das geht. Dann schau mal, dass du den richtigen Zeitpunkt abpasst. Und ich würde sagen, das ist Heimlichkeit. Du hast natürlich einen Vorteil, wenn du unsichtbar bist. Ja. Heimlichkeit war Slate of Hand, meinst du, oder? Stealth. Stealth, natürlich, entschuldige. Stealth, wenn es auf Englisch ist. Direkt da runter. Oder bin ich nicht so gut, aber eine 19. gewürfelt ist immer noch gut genug. Das heißt, du beißt das durch bis auf so einen letzten Faden, springst dann ein Stück weiter und hörst hinter dir, wie dieser letzte Faden mit einem reißt. Und diese Sehne, ihre Einzelteile gegen die Wand schlagen, klappernd ein paar Teile runterfallen. Der Dürger fährt herum. Kümmert sich dann um die Armbrust, hebt die hoch, etwas irritiert und dreht die hin und her und schaut sich dann um. Ich bleibe still. Okay. Er schnauft und geht zu der Klappe, hebt sie hoch und steigt dort eine Treppe runter und brüllt irgendetwas in den Gang hinein. Ja, das hat uns wahrscheinlich nichts gebracht. Kurz darauf kommt er wieder hoch, jetzt ohne die Armbrust, schnaufend und er lässt die Klappe offen stehen, als er wieder nach vorne... Ja, dann würde ich schauen, ob ich da runter springen kann und ob ich dann noch wieder hochkäme, also ob ich die Leiter erklimmen kann. Da ist eine Leiter und du glaubst, du könntest sie erklimmen mit einigen Anstrengungen. Gut, dann gehe ich still runter. Ich bin nicht beeilen, weil ich will die anderen Reihen nicht ewig warten lassen. Du kommst in einem Tunnel heraus, der sich in diese Richtung bewegt, der ist nicht beleuchtet. Du nimmst an, dass Dürger wahrscheinlich ähnlich wie andere Zwerge im Dunkeln recht gut sehen können und du nimmst den ganz Wagenschimmer aus dieser Richtung wahr. Okay, dann will ich versuchen, in diese Richtung zu hüpfen. Du hüpfst den Gang entlang mit kleinen Sprüngen und kommst an eine weitere Leiter, die du dann hoch erklimmst und dort ist auch eine Klappe, die zu deiner Erleichterung ebenfalls aktuell offen ist. Was für ein Glück ich doch habe. Und kommst in einem relativ kleinen, schmucklosen Raum heraus, der direkt in den Fels hineingemeißelt ist. Gut, ich laufe nach Norden. Und stellst fest, dort sind eine ganze Reihe Regale aufgebaut, die voll mit Waffen sind. Nein, voll ist übertrieben, aber in denen einige Waffen abgelegt worden sind. Wurfsperre, Äxte, Wurfsperre findest du vielleicht ein bisschen seltsam, aber größtenteils Dinge, die du relativ typisch und passend für Zwerge findest. Und tatsächlich auch mehrere Rüstungen. Okay. Da ist eine Tür nach Westen. Stimmt das? Da ist ein Durchgang nach Westen, ja, eine Treppe. Kann ich die um oder runter gehen? Ja, und du kannst auch ein bisschen in den nächsten Raum von hier schon reinschauen und siehst, dass dort ein anderer Dörgerzwerg auf und abschreitet und leise vor sich hinschimpft und jetzt auch tatsächlich in deine Richtung kommt. Die sind ja alle schlecht gelaunt hier. Und geht zu einem Regal, in dem Armbrüste gelagert sind. Zwei Stück. Hebt einer davon raus und fängt an, sich zu untersuchen. Nimmt Werkzeuge von Haken an seinem Gürtel. Ah, der repariert jetzt für den anderen die Armbrust. Okay, wenn er hier am Humm untersuchen und Leiclen ist, würde ich in den Nebenraum gehen. Der ist quasi leer aktuell. Da ist ein kleiner Hocker aufgebaut und jemand hat einen Becher draufgestellt, offensichtlich für die Wache, die hier war. Und vor allen Dingen kannst du durch die Gitterstäbe hinaus ins Tal sehen. Und es gibt eine Tür, die noch weiter nach Westen führt. Okay. Ich würde... versuchen, den Becher zu klauen und durch die Gitterstäbe nach draußen zu werfen. Das ist möglich. Du klaust den Becher. Einfach nur. Schüttest dabei ein bisschen ein Getränk aus und schiebst den Becher dann zwischen den Stäben nach draußen. Es gibt dann ein kurzes Klappern, als er einmal aufdotzt und dann landet er quasi lautlos im Stehen. Mit so einem Puff. Gut. Mal schauen, ob das irgendwen in irgendeiner Weise behindert. Okay. Und dann ist da eine Tür, die vermutlich verschlossen ist? Nein, als du dir die genauer anschaust, kannst du dich selbst als Eichhörnchen vorsichtig ein Stückchen bewegen. Also es ist sehr, sehr anstrengend in deiner Größe, aber die ist offensichtlich gut geölt und gepflegt und nicht verschlossen. Es ist gut, dass die Zwerge ihre Tür angeln so gut pflegen. als würden sie damit rechnen, dass vielleicht Leute, die nur so groß wie ein Eichhörnchen sind, auch Türen öffnen müssen. Ja, das ergibt Sinn, du hast recht. Dann würde ich da mal durchgehen. Gut. Ein Gang führt in einen größeren Raum und der ist tatsächlich ein wenig erhellt und das Erste, was du daran siehst, ist eine Reihe von Käfigen, die sehr unterschiedlich gefüllt sind. Einer ist leer, in einem befinden sich zwei Ziegen, die leise vor sich hin meckern und in einer befindet sich die verrottende Leiche eines Zombie, eines Ogers mit nur einem Auge. Aber diese Leiche bewegt sich hin und wieder, der Kopf geht ein bisschen nach rechts, der Kopf geht ein bisschen nach links und hin und wieder stößt die Kreaturen aus. Und ein großer, schwerer Schlitten lehnt an der Wand neben dem Käfig mit dem Oger, dem Unton. Okay. Wie komplex ist denn das Schloss von dem Käfig mit dem Oger? Überhaupt nicht komplex. Da ist kein Schloss, da ist nur ein Riegel. Man verlässt sich auf und sich darauf, dass die Kreatur zu dumm und zu ungeschickt ist, um ihren Finger durch die Stäbe zu schieben, um das aufzumachen. Die Hand geht auf keinen Fall durch, weil sie viel zu groß ist. Ist der Riegel denn leichtgängig genug, um ihn in Eichhörnchenform zu bewegen oder müsste ich mich zurückverwandeln dafür? Also du glaubst, dafür müsstest du dich wahrscheinlich zurückverwandeln. Also du weißt, oder du bräuchtest sehr viel Zeit investieren. Du weißt, dass Eichhörnchen relativ kräftig sind und auch eine Menge Dinge sehr geschickt und überraschend aufwendig erledigen können. Aber du bist halt nicht zwingend gewöhnt, ein Eichhörnchen zu sein. Eichhörnchen. Vielleicht bist du ja lecker genug für den Oberzombie, dass wenn du dich da rumwuselst, der dann seinen Finger benutzt und der könnte den Riegel bewegen. Aber der Uga kann ich nicht sehen, der ist unsichtbar. Andere Frage ist, was ist mit dem Hauptportal? Ich muss ja die Tür öffnen in irgendeiner Form. Was ist das für ein Mechanismus? Kann ich das als Org oder als Eichhörnchen in irgendeiner Form für ihn machen? Also was das Auffallende ist, also Mechanismus gibt es tatsächlich nur, wie du siehst, um eine Zugbrücke zu heben, die über einer tiefen Grube direkt hinter dem Tor liegt und die aktuell runtergelassen ist. Und da gibt es einen Mechanismus mit Ketten und Gegengewichten, die dafür sorgen, dass man mit relativ wenig Aufwand diese Brücke herunterlassen und hochziehen kann. Das Tor selber hat als Verriegelung nur einen schweren Eichenbalken, allerdings liegt der Eichenbalken neben der Grube. Das Tor ist aktuell nicht verschlossen. Also es ist zu, aber nicht verriegelt. Okay. Wenn man den Eichenbalken in die Grube werfen würde, würde das ziemlich viel Lärm erzeugen, ne? Ja. Sehr gut. Kann man den Mechanismus, der Falsche, so behindern, dass sie unten bleibt? Schau dir das mal an und gib mir einen Wurf auf. Was haben wir denn? Was macht dafür am meisten Sinn? Lad, lad, lad. Am meisten Sinn Inside? Investigation würde ich sagen. Investigation, okay. Ich stelle wieder auf Normal. 17, also eine 18, ja? Ja. Du bist dir ziemlich sicher, dass wenn man eins von diesen Zahnrädern dort blockieren würde, also zwei miteinander verbinden würde, indem man da was durchschiebt, dann würde das eine ganze Weile dauern, bis man das wieder in Gang kriegt. Und du bist dir sogar sicher, dass wenn man eins davon raushebelt, das Ding gar nicht mehr anzuheben ist, ohne ziemlichen Aufwand. Okay. Um das nicht zu lange in die Länge zu ziehen, ich würde noch gerne kurz in den Raum reinschauen, der auf der anderen Seite von der Tür ist. Sind zwei Räume tatsächlich. Ja, ich weiß, das noch in Richtung Süden, aber wie gesagt, ich will euch ja nicht ewig warten lassen. Ey, du, ich finde das gerade toll. Ich gucke ja jetzt zu wie die Zuschauer bei dem Stream, also alles, genieße das sehr. Okay. Kein Stress. Also, was du dann durch die eine Ecke siehst, ist ein zweigeteilter Raum, der ist in der Mitte durch Mauer und eine Säule, nicht ganz geteilt, sondern so, dass zwei Durchgänge bleiben, aber klar, in zwei Parzellen mehr oder weniger aufgeteilt und links hinten siehst du einen großen, schweren Hebel, der an der Wand angebracht ist und aktuell nach oben steht und einen Durchgang, der von dort aus nochmal nach Süden wieder in den Fels hineinführt. Okay, dann würde ich gerne noch schauen, was Richtung Süden ist, also Hauptfalle nach Süden. Da ist ja sicher noch eine Wache, die... Da ist ein Gang, der an einer Tür endet. Okay, und die ist zu? Die ist aktuell geschlossen, ja. Gut, dann reicht mir das erstmal. Ich würde mich gerne zurückverwandeln in meine Halborgische Gestalt, wobei ich ja unsichtbar bleibe, weil ich ja vorher unsichtbar gemacht wurde, richtig? Dann würde ich gerne einen Mechanismus blockieren. Ich habe ja immer in meinen Taschen Paraphernalia für Zauber dabei, da ist auch für gewisse Zauber, sind da auch Metallbrocken dabei, die ich werfen muss, unter Umständen, da würde ich versuchen, das so da reinzuschieben, damit das blockiert. Dann dafür Fingerfertigkeit und wenn du tatsächlich ein Teil rausziehen willst, das würde Lärm machen und dafür bräuchtest du Athletik. Ich will noch nichts rausziehen, ich will es nur blockieren. Dann Fingerfertigkeit, um das da einmal so richtig reinzuschneiden. Da bin ich nicht sehr gut. Zwölf. Zwölf insgesamt. Du schiebst es rein, es gibt so ein paar knirschende und schabende Geräusche dabei und der untote Oger dreht den Kopf ein bisschen in deine Richtung. Schlägt sich mit der Hand selber seitlich an den Kopf und sein eines verbliebenes Auge rollt wild in seine Augenhöhle hin und her, aber nachdem er nichts sehen kann, schnüffelt er nochmal in deine Richtung, beruhigt sich dann aber wieder und setzt sich zurück. Okay, dann würde ich gerne erst die Ziegen Stelle aufmachen und die Ziegen in die Richtung treiben, wo ich weiß, dass Jürger sind. Das sollte mir als Droide gelingen, in diese Richtung zu buxieren und dann mache ich den Ogerkäfig auf und renne raus. Gut, du machst den Ogerkäfig auf und dann rennst du raus und du rennst gegen das Tor und musst einen Athletikwurf ablegen. Das ist sehr, sehr schwergängig. Okay, verdammt. Das ist ein massives, schwere Torflügel, wenn der Oger-Zombie nachdenklich fast, würdest du sagen, die Tür von seinem Käfig aufschiebt und die Beine rausstreckt. Eine 13. Eine 13. Ich habe nur sieben gewürfelt, aber ich bin sehr athletisch. Und sehr stark. Ja. Eine 13 reicht tatsächlich ziemlich knapp, aber sie reicht. Du schiebst einen von den Türflügeln zumindest auf und rennst raus. Genau, und lass sie einen Spalt auf die Tür. Also einen ganz kleinen Spalt, einen Tere-großen Spalt. Keinen Oger-großen Spalt. Einen Tere-großen Spalt. Bitte? Gut. Ja, und dann würde ich draußen, ich bin auch immer noch unsichtbar, gucken, ob ich von drinnen jetzt irgendwie Schrecksschrei höre oder ob das irgendwas gebracht hat und dann wieder zurück zu. Oh! Armat Kuddel! Na Koyak! Na Koyak! Hörst du jemanden von drinnen schreien? Und zwar eher so aus dieser Richtung. Und aus der Richtung hörst du lauer und jemanden roto Kamele! Na la la! Also zwei Leute sind auf jeden Fall beschäftigt gerade. Gut, dann schlendere ich mal zurück. Ja. Ich lasse mir ein bisschen Zeit, weil ich habe jetzt nicht so viel Zeit verbraucht, denke ich. Und das muss sich ja auch da erstmal entwickeln, was da passiert ist, denke ich. Falls da was passiert, ich weiß ja nicht, ob der Oga vielleicht ihr Kumpel ist und nur sich freiwillig da hat einsperren lassen. Was weiß ich, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich hoffe, dass ich jetzt für ein bisschen Panik und Blutvergießen gesorgt habe. Der Oga ist nur die Ziegen und schläft dann ein oder so. Nein! Werde ich wieder sichtbar, wenn ich das will oder muss mir jetzt die Stunde abwarten? Äh, Moment. Artur kann ich wieder sichtbar machen. Ja. Ich komme jedenfalls, ihr seht, dass Schritte sich nähern. Und du wirst sichtbar, wenn du angreifst. Ja, das habe ich ja noch nicht gemacht. Ich rufe euch, sobald das möglich ist, ohne Alarm auszulösen. Beziehungsweise zische euch jetzt so. Hallo, ich bin wieder da. Ah, ich bin auch unsichtbar, aber ich bin wieder in Org. Wir haben deine Spur gesehen. Äh, Yara hat deine Spur gesehen, sage ich, und ziehe meine Hände unter den Federn des Wir haben uns wahrscheinlich so ein Schneewehenversteck gebaut. Ja. Also, das Tor ist jetzt offen. Ja, dahinter ist eine Zugbrücke über der Fallgrube. Das Tor? Welches Tor? Da hinten ist ein Tor in die Festung. Ah, ja. Was ist mit dem Tor? Da ist ein Armbruststütze drin, aber ich hoffe, dass er abgelenkt ist. Ich habe seine Armbrust sabotiert. Ich habe einen untoten Ogre freigelassen und Ziegen und ich habe einen Becher in den Schnee geschmissen. Das hört sich nach sehr guter Arbeit an. Aber ich denke, wir müssten, ja, wahrscheinlich, wenn wir jetzt reingehen, jetzt müssen sie alle abgelenkt sein. Sollten wir nicht den Schützen ausschalten zur Sicherheit? Nicht das Alarm? Also, ich meine, selbst wenn er nicht schießen kann, könnte er noch Alarm schreien. Ja, wäre schon besser. Ich bin ja noch unsichtbar. Ich gehe nur mal hin und gucke, ob er noch da steht. Ja, dann folgen wir dir langsam und wenn du drin bist, dann mach dich sichtbar und greife ihn an und wir zaubern von draußen. ich meine... Okay, guter Punkt. Ihr beobachtet mich und wenn ich da oben an dem, das seht ihr ja von hier, an dem Schießschatten auftauche, dann könnt ihr gehen. Denke ich. Genau. Und notfalls zaubern wird noch durch die Schießschatten. ich meine, Sarellka wird bestimmt mit Feuer, nein, vielleicht nicht mit Feuer, dann sehen uns alle. Naja, ein Pfeil werden sie schon nicht sehen, oder Yara? Weiß ich nicht. Wie kann man... Gibt es denn eine Möglichkeit, also ich meine, die Schießschatten an dem Turm, die ich erzähle, die gehen hauptsächlich Richtung von diesem Eingang und es gibt aber auch irgendwie zwei, die so nach Richtung vorne gehen. Wenn man sich aber da direkt an, ganz an der Seite lang bewegen würde, würde man von da aus doch nicht so gut gesehen, oder? Also so rechts äußerer Rand. Oder? Ja. Nein, tatsächlich bildest du dir das nicht ein. Okay, weil man würde ich... tatsächlich sich hier rüber schleichen würde und sehr nah an der Wand bleiben. Ist das eine Wand, die nach oben ragt oder die nach unten fällt? Also ein Abgrund? Nach oben ragt. Okay. Das ist bei den Karten immer ein perspektivisches Problem. Das ist echt schwer zu sehen. Ja, aber ist perfekt. Weil dann würde ich nämlich einfach mit unserer Rest, Mann und Frau schafft quasi, an diese Wand und die ist ja auch schön gewunden und so und würde gucken, ob wir uns dann da an den Turm so nah wie möglich ranschlechen können, damit wir nicht über offenes Feld sprinten müssen, wenn Teric in Schwierigkeiten ist. Lassen wir die Achsschnäbel in unserer Schneeverwehung? Ja, ne? Ja. Ja, okay. Schade, dann wird's ein bisschen kälter. Ja, dick eingemummelt geht es dann durch den Schnee und ich sehe, wie sie von da sind. Deine Taschenklappe geht auf und eine kleine Fuchsschnauze guckt raus. Nehmt die mich mit oder soll ich hierbleiben? Sicher nehmen wir dich mit. Vielleicht musst du kämpfen. Das kommt mir nicht sicher vor. Was? Naja. Ich bin ein Fuchs, kein Wolf. Du hast ja recht. Teric hat was von Ziegen erzählt. Vielleicht ist noch etwas davon übrig, wenn wir da sind. Hm. Du hattest ja genug von Fisch, oder? Gibt es dort vielleicht Käse? Wer weiß? Weiß ich nicht. Teric ist schon wieder weg, sonst könnten wir den fragen. Käse. Wir können mal gucken. Vogelswitschein, das ich höre übrigens. Das kommt, glaube ich, von Maigi, weil ich das Küchenfenster aufgeleisen habe, ne? Ich hatte auch schon die ganze Zeit, das ist bei mir, aber es ist nicht bei mir. Das ist sehr wahrscheinlich bei uns. Okay. Was hört ihr? Vogelswitschein bei dir. Küchenfenster ist offen. Ja. Das erklärt, warum es auch immer kälter wird. Soll ich es mal schnell zumachen? Und ihr fragt euch jetzt vermutlich, warum soll Nico aufstehen und runtergehen und das Küchenfenster zumachen, wenn es bei Mairi ist, aber meine Arme sind zu kurz. Hm. Ich kenne das Problem. Also wenn du noch ein bisschen bei den beiden bleibst, bevor ich wieder dran bin. Oder wie willst du es machen? Schleichen wir drei, während du ganz schnell zum Küchenfenster läufst? Ja, die schleichen wir jetzt erst mal und ich würfe für Relka. Hö, Hö, Hö. Ja. Ach, wir müssen wirklich schleichen. Auch verdammt. Gut. Warte. In beziehungsweise, okay, wenn du es ganz genau wissen willst, schaue ich noch mal nach. Nein, wir schleichen auch gerne. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, wir schleichen da lang. Sicher ist sicher. Wer weiß, ob das schleichen nicht noch zu irgendwas hilft. Ich nehme an Heimlichkeit. Hm, bestimmt, ja. Oh, ja. Ich habe keinen Vorteil, Moment. Ähm. Muss nochmal büffeln, glaube ich. Ohne Vorteil. Ja, es ist nicht so gut. Also, Relka stolpert schon nach wenigen Schritten, rudert mit den Armen und schliessen. Verdammt. Oh. Psst. Und dann rülpst ich wahrscheinlich laut, sodass es von der Wand wieder halt. Ich erinnere daran, ihr habt Rerolls, aber ich nehme das gerne auch so. Ja. Dann hört ihr einen lauten Ruf aus Richtung von diesem halb abgebrochenen, aussehenden Turmgebäude. Und seht, dass irgendwie ein Zwerg sein weiß bebartetes Gesicht da an der Schießschatte presst du draus spät im Schnee und Zwillicht. Wie weit ist er noch weg? 1,53, 4,56, 9, 12, 15, 18 Meter. Das ist gut. Und in diesem Fall würde ich ihn schlafen legen, bevor der irgendwie irgendwas macht, was dann alle auf uns aufmerksam macht. Ich spreche einen schlafen, zauber auf ihn. Dann würfel mal deine W8. Ja, das tue ich. Jetzt haben wir auch genug Zeit, dass du mir einmal sagst, wie hier der Befehl war, um zu würfeln. Slash? Slash, roll, Leerzeichen, Zahl der Würfel, D und Art des Würfels. Okay. Wie viele kann ich gleich werfen? Ich glaube? Erst musst du bei dem Zauber nachschauen, aber vier mindestens. Fünf, glaube ich. Fünf wie acht, okay. Boah, ich kannte eins auswendig. Nicht schlecht. Oh, das ist nicht schlecht. 8,8,6,3,1. Insgesamt 26. Das ist exakt, exakt auf den Punkt ausreichend. Du siehst, wie der Zwerg, der da gerade eben rausgespäht hat, im Stehen einschläft und langsam an dieser Skischarte nach unten rutscht. Jara, hattest du dich auch erwischt? Entschuldigung. Was? Nein. Terec, du bist unsichtbar wieder ran und hast dann hinter dir gehört, wie gleichzeitig Zerelka geflucht hat und Jara extrem laut gerülpst hat. Und direkt darauf ist aber der Zwerg, der aufmerksam geworden ist, auf die Leute draußen rausgespäht hat, eingeschlafen, im Schneen stehen und ist jetzt langsam auf die Knie herabgesackt und klebt mit der Stirn an der Wand. Leise schnarchen. Gut, dann muss ich da schon mal nicht mehr hin. Aber ich gehe trotzdem weiter unsichtbar rein. Naja, du kommst nicht einfach rein, das ist ein Schießschatten. Als Eichhörnchen bist du da reingekommen, aber jetzt bist du ein Halbner. Ich wollte ja nicht da rein, ich wollte nur mal durchs Hauptportal. Ach so, du gehst durchs Hauptportal. Kommt, kommt, wir gehen weiter an der Wand lang. Also solange ich noch unsichtbar bin, wenn ich nicht mehr unsichtbar bin, sag mir das bitte. Ich habe kein Zeitgefühl, deswegen kannst du jederzeit sagen, du bist jetzt wieder sicher. Danke. Und da zeigt sich folgende Szene, du siehst den untoten Ogre und vor ihm steht ein Dwerger mit einem besonders langen und prächtigen weißen Bart und einem kahlen Schädel, der dem Ogre-Zombie offensichtlich Anweisungen gibt. Und diese Kreatur ist gerade dabei, sich hinzuhocken und so auf den Knien wieder in den Käfig hineinzurutschen. Der Wackal! Na keuer! Na keuer! Das hat offenbar nicht so viel gebracht mit dem Ogre. Was ich versuchen könnte, wäre, solange ich unsichtbar bin, mich an den, ich bin ja kein Schleicher oder sowas und auch kein guter Möchler, aber trotzdem würde ich versuchen, den Dürger von hinten niederzuschlagen, während er von dem Ogre abgelenkt ist. Der Ogre macht doch auch Geräusche bestimmt, da musst du nicht so gut schleichen können, wie wir da draußen eben. Also du machst mal einen Wurf auf Heimlichkeit, aber mit Vorteil, dank der Umstände, während der Ogre halt eben die ganze Zeit macht. Einen natürlichen 20. Du tänzelst mühelos hinter diesen Dürger, der schnaufend jetzt es geschafft hat, dass der Ogre irgendwie mit dem Oberkörper zumindest schon mal in seinem Käfig liegt und er sich jetzt gegen die Füße von dem tritt. Bei dem Versuch, hinter ganz rein zu kriegen. Ganz kurz unterbrechend, bei mir bist du über die Verbindung, immer wenn du es lauter hast, bist du richtig übersteuert. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich würde gerne mal kurz den Chat fragen, ob das da draußen aus ist oder ob es an Zoom liegt oder an meinen Kopfhörern, weil wenn das nur bei mir ist, ist alles okay. Wenn das tatsächlich ein allgemeines Problem ist, dann nervt mich das. Vielleicht könnt ihr kurz Feedback geben, aber sorry, mach weiter. Also, der tote Ogre und der Zwerg befinden sich in der so vorbeschriebenen Situation. Der ein, wie gesagt, der Dürger steht draußen, tritt gegen die Füße von dem Ogre und versucht sie in den Käfig hinein zu zwingen, aber kann die Tür noch nicht zumachen und du stehst jetzt hinter ihm und der Chat sagt, mir ist nichts aufgefallen an deinen Kopfhörern, hier ist gut, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, nur hier ist alles gut. Okay, dann schätze ich, es liegt an Zoom oder so. So, ich möchte den Zwerg von hinten niederschlagen. Ich würde dir deinen Angriff mit Vorteil zu bestehen. Dankeschön. Aber, na gut, es wird ihm ja nur weh machen und er wird dann nicht niedergeschlagen sein. Schade, dass du ja kein Dieb bist. Ja. Aber vielleicht blutet er dann und der Ogre findet das voll lecker und isst ihn. Ich könnte auch versuchen, ihn mit diesem langen Riegel so von der Seite eine rein zu zwiebeln, dass er in den Schacht fällt, aber das würde er wohl merken, wenn der Riegel sich plötzlich bewegen würde. Ja. Kannst du ihn nicht in den Ogre-Käfig rammen und dann wieder den Riegel vorlegen? Das ist eine gute Idee, das versuche ich. Gut, dass wir ein telepathisches Band haben, Schwester. Ja. So würde Yara denken. Was genau möchtest du, der untote Ogre ist erst halb wieder in seinem Käfig drin? Ja. Eben. Ich kann ihn ja nicht in den Käfig schubsen, wenn der Ogre den Tür noch verblockiert sozusagen. Genau. Ich würde schon versuchen, ihn niederzuschlagen, auch wenn das wahrscheinlich schief geht. Ich hau jetzt nochmal drauf. Ja. Oder meinem Knüppel, der ist dafür das Richtige. Und ich habe eine 21 bei der Akkake und 8 beim Schaden. Gut. eine 21. Und damit bin ich wieder sichtbar. In einer fantastischen Situation bin ich wieder sichtbar. Der Zwerg schreit auf und taumelt in einem halben Schritt vorwärts und der untote Ogre in seinem Käfig klatscht mit der Hand von innen gegen die Käfigstangen und fängt an, da wieder raus zu robben. Es wird einen Moment dauern, aber der scheint entschlossen zu sein, irgendwas zu tun. Weiß nicht was, aber nicht angetan von der Situation. Wahrscheinlich will er mir wehtun. Wahrscheinlich. Wie genau geht es dem Zwerg? Der steht noch, aber du hast ihm eine blutende Platzwunde am Kopf beigebracht. Okay. Ich würde als nächstes, damit du weißt, es wird nicht klappen, aber ich würde versuchen, ihn jetzt in den Abgrund zu treten und dann will ich in Richtung der anderen Zwerge rennen, die ich schon auf den Weg reingesehen habe und mich dann in die Falltür hinter der Falltür verstecken, wo ich ja weiß, dass dahinter sicher ist, weil der andere Zwerg schläft, wenn es so weit kommen sollte. Gut. Das ist das, was du als nächstes machen willst, aber wir machen jetzt erstmal Initiative. Genau. Leider dann auch für die Leute draußen. Ihr müsst halt, Moment, ich mache erstmal die Initiative wieder sauber. Und dann Nilda. 3, 2, 1 Würfel. Ja, ihr könnt würfeln. Oh. Wow. Ja, das war hoch. Ihr seid fix. Ich habe eine 14, Yvi hat eine 20 und David eine 24. Müssen wir eben noch den Charakterbogen für den Uga-Zombie aufrufen. Uga-Zombie oder Zombie-Uga, das ist hier die Frage. Das könnten zwei verschiedene Monster sein in einem Monster-Manuel. Ja, ja. Ja, alle haben es geschafft, sogar der Uga-Zombie, nur Adwa hat seinen Wurf nicht richtig eingegeben. Was? Natürlich. Du musst dein Token anklicken und dann würfeln. Er ist nicht in der Turn-Order-Liste angekommen. Oh nein. Das war doch eine 24. Ich kann sie dir wieder eintragen, aber du musst einmal würfeln, damit ich dich im Turn-Order habe. Das ist einfacher, als wenn ich jetzt durch die Gegend scrolle, dich anklicke und so. Arthur von weit her kriegt eine 24. Und dann sortieren wir nochmal von oben nach unten und damit ist auch Arthur von weit her als erstes dran und was ihr hört in eurer Position ist ein lautes Uuuuh aus der Festung. Das war nicht Theerik. Dann los, sage ich und renne durch den Schnee und brülle halt durch Theerik in der Hoffnung, dass er mich hört und einen Inspiration bekommt. Das ist meine Nebenhandlung. Ich glaube, ansonsten renne ich einfach nur, weil ich sehe im Moment nichts anderes. Dann kommst du zwölf, also wenn du sprintest, kommst du zwölf Felder weit. Zwölf Kästchen. Dann sprinte ich tatsächlich und kann mich gerade nicht bewegen. Ich schubs euch ein bisschen weiter nach vorne, ihr wart ja schon ein gutes Stück weiter zu dem Zeitpunkt. Also sind wir ungefähr da. Ja, und dann kannst du dich jetzt zwölf verdienen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Gut. Ah, du warst von weit her. Yara, du hast etwas großes, grobschlechtiges Schreien gehört und das war nicht Terek. Ja, ich hatte mich ja auf der Karte vorhin schon ein bisschen weiter vorbewegt. Ich kann mich jetzt natürlich auch gerne weiter zurückbewegen. Nein, nein, du startest von da, das war okay. Weil ich hatte gedacht, oh, wenn Terek sich bewegt, bewege ich mich einfach mit an dieser Wand entlang. Und ich muss reinzoomen. Kästchen! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ist der Fluss einfach überhopsbar? Der ist einfach überhopsbar, der besteht größtenteils aus Eis. Okay, dann würde ich so hier landen. Erstmal und ja, auf die Tür zu halten, Bogen schon mal fertig machen, mich mental auf Hunters Mark einstellen. Gut. Terek, der Zwerg beginnt sich zu dir umzudrehen, die Augen weit aufgerissen und ausgesprochen überrascht, der kann offensichtlich noch nicht ganz fassen, wie die Situation ist, aber sieht dich natürlich. und ich werde sichtbar. Habe ich die Bardic Inspiration? Ja. Okay, das heißt, ich habe einen W6 mehr auf eine Sache. Einen W8 mittlerweile, weil ich mir auf die Würfel fülle. Und den hast du nicht generell, sondern du entscheidest dich irgendwann bewusst dafür, dass du den würfeln möchtest. Das darfst du auch nach dem Würfel machen, das ist das schon eine andere Sache. Wenn du siehst, dass er scheiße war. Das ist perfekt. Ja, wie gesagt, ich würde den gerne mit einem Angriff in diesen Schacht reinschipsen, treten, was auch immer. Dann machst du einen Angriff, um ihn zu packen und danach würde ich dich dann noch mal eine Athletikprobe machen lassen, um ihn tatsächlich dorthin zu bewegen. Also einen ganz normalen Angriff mit der Waffe, die ich gerade füge oder auf was würfel ich? Einen unbewaffneten Angriff, aber in dem bist du geübt. Das ist Geschicklichkeit plus zwei. Oder seid ihr mit fünf oder habt ihr plus drei als Übungsbonus auf der Stufe fünf? Auf jeden Fall taucht das nicht auf beim Meinberg. Da steht unbewaffnet nicht dabei. Ich habe ja alles Mögliche. Ja, deswegen habe ich dir gesagt, das ist Geschicklichkeit plus zwei. Also 20 plus Geschicklichkeit plus zwei. Dann würfel ich auf meinen Plus drei sogar. Und sie ist plus drei mit fünf. Auf Stufe fünf, ja. Ihr seid voll gut schon. Also Geschicklichkeit und dann zählen wir drei drauf. Okay, ich werde wahrscheinlich einen Rewarder verkleimen, weil ich scheiße bin in Textarity. Ja. Ja. Darf ich den Reward haben? Ja. Nimm ihn. Darfst du. Also, so wie du jetzt gerade einsetzt, würdest du ihn eher tätscheln. Nein, den behalten wir. Ich habe eine Null gewürfelt mit einem 20. Also, du möchtest den packen, deswegen lässt du deine Waffe fallen und dann greifst du vorwärts. Au, ist mir auf den Fuß gefallen. Und greifst in den Bart vor dem Zwerg und packst den. Ja. Ihr steht euch gegenüber, du mündet dem geflochtenen Bart in der Hand und er starrt dich fassungslos an, was das soll. Jetzt könntest du noch versuchen, deine Athletikprobe zu machen, aber mal schauen, was dann passiert. Machen wir sie doch mal. Machen wir sie doch einfach. Komm. Jetzt, wenn wir schon dabei sind. Nö. Eine Zehn insgesamt. Du ziehst ein wenig an den Bart und mit einem leisen Klimpern löst du ein Schmuckstück draus. Aktuell wirkt es vermutlich so, als wärst du der ungeschickteste Schmuckdieb. Von Toril. Ich habe jetzt einen Goldring in der Hand mit ganz vielen Zwergen, Bartfäden dran. Ja. Das ist mehr oder weniger die Situation. Rampalo. Ich verkaufe diese schicken Bartschmuck-Dinge. Er nutzt seine Aktion, um sich von dir zu lösen. Das heißt, er bewegt sich, ohne dass er einen Gelegenheitsangriff erzeugt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und weil ein Zwerg ist, guckt er nicht so weit. Aber er läuft ein Stückchen weg. Damit sind wir beim Oga-Zombie und der nutzt diese Runde, um stöhnt und ächsen sich aus seinem Käfig wieder auszufalten und langsam aufzustehen. Und von oben mit seinem einverbliebenen Auge, das so schräg zur Seite weggekippt ist, dich anzustarren. Oder mehr oder weniger auf einen Punkt zwei Meter links von dir. Aber du glaubst, der versucht, dich zu fixieren. Oder vielleicht glaubst du es auch nicht. Arthur. Ja, was bleibt mir übrig? Arthur rennt weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, springt. Er hofft, hoffentlich stürzt er dabei nicht runter und rennt näher zu dem Eingang, wo er die Schreie und Rufe raushört. Neben dir rennt Zerelka die Roben gerafft und leise fluchend. Und Yara, das hört sich so an, als könntest du eine wahre Monsterjägerin werden. und verteile eine noch wahre Monsterjägerin sein natürlich und verteile eine weitere Inspiration an Yara diesmal. Das ist das auf was und wie viel? Du bekommst ein W8 dazu nach einem Würfelwurf auf Ability, auf Attacke oder auf einen Rettungswurf. Oh, okay, danke. In den nächsten zehn Minuten irgendwann. Ich fühle mich inspiriert. Ja, sehr. Nach der leichten Verbesserung eine noch bessere Monsterjägerin. Ich bin da nicht eitel. Ich beziehe immer meine Supporter mit ein in den in den Ruhm. Ja. Gut, damit bist du auch dran, Yara. Okay, ich darf nochmal zwölf, Wenn du sprintest, ja. vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann wäre ich quasi so mit Nummer neun in der Tür. Kann ich dann noch schießen? Du kannst normalerweise nur sechs Felder weit gehen, ohne dass du sprintest. Das heißt, wenn du so weit gelaufen bist, hast du deine Aktion schon ausgegeben. Gut, dann kann ich auch noch weitergehen. Kannst du auch noch weitergehen, ja. Ja, dann ist das egal. Du siehst, du geläubst hier rein und was du siehst, ist dein Bruder, der da steht, etwas verblüfft, der hat seine Waffe fallen lassen und hält ein Schmuckstück in der Hand, an dem eine ganze Reihe weiße Bartfusseln hängen. Im Hintergrund, schleichen, na schleichen ist das falsche Wort, aber weht sich vorsichtig, ein Dürger von ihm weg und vor ihm steht ein untoter Oger. Was? Es ist dir ziemlich rätselhaft, wie es zu dieser Situation gekommen ist, aber dich überrascht nicht mehr allzu viel. Nee, 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 nicht, nicht, Terek macht ja öfter solche Sachen. Gut, dann nächste Runde. Habe ich noch eine Bonusaktion? Eine Bonusaktion hast du noch, ja, die hast du dafür nicht verbraucht. Dann würde ich schon mal die aus dieser Runde Huntersmark, ich würde so gerne den Dürger erschießen, aber gut, ich muss, also der Uger ist eindeutig die größere Drohung, das heißt, ich gucke in seine Richtung und rufe das Zeichen meines Jägers auf ihn herunter, damit ich ihn nächste Runde dann ordentlich verömmeln kann. Gut, dann hat er jetzt, ich habe da einfach mal was dran gemacht als Handersmark, obwohl das sieht nicht so passend aus. Sieht aus wie Baum? Egal. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Fantastisch, ja. Sehr schön. Dann, ach nee, Terek ist dran, Entschuldigung. Oh, schon wieder. Terek ist dran. Ich hatte kurz überlegt, zum ersten Mal Thunderwave einzusetzen, aber jetzt ist ja Yara in Reichweite dieses Zauers. Aber ich bin noch hinter dir. Mir ist klar geworden, du kannst die Thunderwave, also es gab da lange lange Diskussionen dazu und ich dachte auch immer, sie geht von einem selber aus, aber du kannst die auch in eine bestimmte Richtung sozusagen stellen. Es steht in, in dem Text steht, sweeps out from you. Aber gut, wenn du sagst, dass ich das in eine bestimmte Richtung machen kann, dann. Beziehungsweise das nicht in alle Richtungen von dir aus. Beweg dich doch einfach aus deinem Radius raus. Genau, ich gehe einfach, ich stelle mich neben Yara und dann zauber ich es dahin, wo es gerade war. Das ist ein 15 Fuß Radius. Da gucke ich halt, dass ich außerhalb dieser 15 Fuß Radius bin und würde dann Thunderwave wirken. Hast du damit beide? Hast du damit beide? Also du kannst einfach einen Schritt nach hier machen und dann sehen. Ogre und Zwerg. Genau. Also wenn du hierhin gehst, triffst du den Zwerg und den Ogre und Yara ist in Sicherheit. Genau, dann machen wir das genauso. Gut, machst ein paar Schritte, konzentrierst dich, um dich herum flirrt die Luft und dann gibt es ein Knistern und Donnern und regelrecht eine schimmernde, sichtbare Front an verdichteter Luft rast von dir aus in alle Richtungen weg und dann müssen die jetzt einen Konstitutionsrettungswurf machen jeweils, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Was ist das eigentlich? Es gab zwischendurch die Option, dass wenn man auf die Tokens klickt, hier oben Optionen erscheinen, aber die ist offensichtlich nicht mehr da. Und wenn sie den schaffen, kriegen sie den halben Schaden trotzdem. So, Konstitutionsrettungswurf von... Wahrscheinlich können die Konstitutionen ganz gut, aber... Ah, Mist, die sind noch eingestellt auf immer mit Vorteil, das machen wir mal aus. Ja, finde ich eine gute Idee. Ich wäre dafür. Okay, also ein Konstitutionsrettungswurf, eine 6, das schätze ich mal ist nicht gelungen. Weiß nicht, das steht nicht dabei, gegen was der geht. Gegen deinen Rettungswurf, also der Rettungswurf, den du vorgibst und der ist 8 plus deinen Übungsbonus plus dein... Weißheitsmodifikator. Weißheitsmodifikator. Also sowas wie 11 plus... Weißheitsmodus 2 und das andere war 3, hatten wir gesagt, ne? Ja. Ja, also 11. Also 13. 13. 13. Das ist schön, wie alle zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, weil ich bin mir ziemlich sicher. Also 20. Es ist auf jeden Fall mehr als 6. Ja. So, wenn der Oberzombie 1 hat, dann ist es Konstitution, aber er würfelt auch eine 4 und hat damit eine 8. Das heißt, beide nehmen voll den Schaden... Da hab ich schon mal Glück gehabt, dann würfel ich mal aus und dann würde ich... Und werden von dir wegbewegt. Ja, und ich würde dann die Badic-Inspirations-Geschichte noch nehmen, das heißt, ich würfel 2, 3, 3, D8-Schaden wären das. Ne? Streng genommen kannst du, glaube ich, Badic-Inspirations-Geschichte nicht für Schaden nehmen, sondern nur für Angriffswürfe. Ach so. Das kannst du nur nehmen, deswegen denkt Nico das, wenn der Barde zum Barde College of Battle gehört. Ah, okay. Ja, das hatten wir nämlich in einer anderen Kampagne. Ja. Okay. Ich hab eine Halblingsbarnin, die Battle Bard ist. Genau, daher hatte ich das. Ich verstehe. Gut. Sehr praktisch. Dann gib mir den Schaden und sag mir, wie weit sie wegbewegt werden. Jetzt fragst du mich, der Cast at what level? Das gebe ich dann nochmal ein. Also du kannst nicht höher als 3. Ja, aber kann ich 3 eingeben? Hätte ich nicht vorher sagen müssen, ich habe den Zauber in eine Stufe 3-Slot gepackt. Ne, aber du kannst ihn doch nur in eine Stufe 3-Slot packen, weil er ist doch eine Stufe 3-Zauber, da erinnere ich mich. Ne, ist es nicht. Ah, okay. Das ist Stufe 2-Zauber, oder? Ja, dann mach doch 2. Ich mach mal 2 und guck, was passiert, okay? Normalerweise machst du nur mehr Schaden. Aber es ist eine Stufe 2. Oh, schön. Was ist das denn gewesen? Warum hat er wieder 78 Würfel geworfen? Warum auch immer. Ich fand's gut. 2 wäre 8. 8 plus 3. Und er hat gesagt, du hast den auf höherer Stufe. Also offensichtlich hast du doch 3 eingegeben. Stufe 1. Nein, ich hab 2 eingegeben. Oder ist es eine Stufe 1-Zauber? Ja, das kann auch sein. Das ist wahrscheinlich eine Stufe 1-Zauber. Okay, du hast ihn jetzt aber aufgeschrieben. Damit hast du auf jeden Fall 19 Schaden gemacht. Damit wirft es den Zwerg hin mit einem lauten Knacken und er bewegt sich nicht mehr. Hm. Hm. Aber der Uga, der hält bestimmt aus. Uga ist ein bisschen stämmiger, das ist korrekt, ja. Aber der nimmt auch 19 Punkte Schaden. Und wie viel wird er bewegt? Warte, ähm, 10 Fuß, also 3 Felder, ne? 2. 2. Ein Feld sind 5 Fuß. Das heißt, der wird rückwärts bis dahin geschoben. Das da ist ein Brunnen, mehr oder weniger einfach, der mitten im Raum steht. Das war sehr beeindruckend aus Siara. Terik hat einen Schrei ausgestoßen und dann wurden die von ihm weggeschleudert. Du selber bekommst nur sowas wie einen kalten Wind ab, der dir einmal ins Gesicht schlägt, deine Haare flattern lässt, aber kein Schaden, kein rückwärts geschoben werden. Ach so, okay. Und der Zwerg ist jetzt nicht mehr dran, weil er umgefallen ist? Der, also du siehst, dass sich so eine kleine Blutpfütze unter seinem Hinterkopf ausbreitet. Den hat es einfach lang hingeworfen. Gut, also das ist zumindest Karo, das ist super. Aber dann ist jetzt der Uga dran. Ja. Terik könnte sich noch ein paar Schritte bewegen, wenn er das will. Nein, das will er nicht. Dann ist der Uga dran. Der stemmt sich von dem Brunnen weg. Lobock! Stimmt vorwärts und holt mit seiner großen fleischigen Faust aus, um nachterig zu schlagen. Fleischige Faust. Auch ein guter Zaubername. Ja. Aber mit einer neuen schlägt er einfach gegen die Wand neben dich und das Einzige, was du abbekommst, ist ein kleiner Regen aus Splittern, die er aus der Wand rausgeschlagen hat. Und ein bisschen Fleischteile und Knochensplitter von seiner Faust wiederum. Ich nehme drei Punkte Ekelschaden. Ja. Das kannst du gerne freiwillig tun. Das ist sowas wie Vicious Mockery. Nur mit Ekel. Ja, dann. Wo wir bei der Vicious Mockery sind. Arthua. Arthua rennt weiter, vor allem, da er den armen armen Druiden hat schreien hören. Moment, das habe ich nicht gezählt. Eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und quetsche mich durch die Dingens und sehe, was da vor mir los ist und ja und sage Relka Feuer und zeige auf das riesige Vieh und damit hat er auch eine Inspiration. Hat eine Inspiration, eine Barthek Inspiration. Ja, richtig. Und er sagt, ja, schon verstanden. Etwas angestrengt von dem Sprinten durch den Tiefschnee. Yara, es ist wieder dein Zug. Ich würde dann auf den Urgang schießen. Schieß auf den Oger. Ja. Der ist ein sehr, ein richtig schönes, massiges, großes Ziel. Wunderschön. Hm, das hilft nicht. Dein Pfeil, also du, du hebst den Bogen und du wüsst dir nicht genau, was passiert. Du bleibst irgendwie an einem Bändchen hängen, das sich gelöst hat, während du gesprintet bist und der Pfeil geht schräg nach oben, klappert an der Decke entlang, fällt runter, zerbricht. Und alle schauen zu. Ah! Ich könnte meine Inspiration benutzen, aber würde die was reißen? Hätte ich das Gefühl, die würde was reißen? Ist der wirklich leicht zu treffen oder ist das so ein... Warte, nein, nein, ich habe jetzt nochmal hingeschaut, der hat Rüstungsklasse nur 8. Du hast dich getroffen mit diesem unglaublich schlechten Wurf, einfach weil es so ein großer, ungelenker, knuppenfleisch ist. Du bleibst bei einem Bänzel hängen, der Pfeil geht ganz woanders hin, aber dort, wo er hingeht, ist immer noch Oger, weil einfach so viel Ogerfläche zur Verfügung steht. Ogerfläche? Es ist quasi ein Scheunentor von Oger, das du nicht verfehlen kannst. Wie berechnet man denn die Ogerfläche eines Ogers ausgehend vom Radius des Ogers? Das ist Pi mal... Ich möchte nicht sagen, welches Körperteil. Uiuiui. Also, du hast ihm 10 Schaden so gemacht und dein... Ja, pass mal auf, das wird jetzt noch besser, denn... Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt nämlich noch dein Huntersmark. Ja, Moment, nee, jetzt kommt erst mal... Erst mal kommt noch ein V8. Mhm, 14 Punkte schon. Das ist für Colossal Slayer. Und dann kommt noch ein... Wo ist mein Ding jetzt hin? Also es ist auf jeden Fall eine große Kreatur. Und dann noch mal... Brauche ich dafür nicht, er muss nur verletzt sein. Auch das ist richtig. Und noch mal ein V6. 17. Ja. Also insgesamt. Und jetzt wird es noch schlimmer, weil ich bin jetzt Level 5 und ich habe eine zweite Attacke. Ja. Das heißt, ich würde einfach direkt noch mal schießen. Ähm... Übrigens wird die Ogerfläche berechnet mit dem Int-Ogral über 0 bis Pi. Oh. Aber Ogers haben doch kein Int. Sie haben niedriges Int. Minus 4. Das würde bedeuten, rein rechnendisch ist die Ogerfläche sehr klein. Da stimmt was nicht. Das würde ich mir noch mal genauer angucken. So. Dann dein zweiter Angriff. Kann das Santos Marken mehr als einmal pro Runde auslösen? Äh, jeder Waffenangriff. Wow. Glossal Slayer kann nur einmal pro, ähm, pro Dings. Aber genau, jedes Mal, wenn du den Gegner mit einer Waffenattacke triffst, macht das. Das heißt, ich habe dann jetzt noch mal 7 und noch mal... Oh. Das war nicht gut. Ja. Du kannst den Oger quasi nicht verfehlen, es sei denn, du würfelst eine 1, was ohnehin ein Fehlschlag wäre. Ja. Rechnerisch sehr schöne Situation gerade. Und noch mal einen mehr, also noch mal 8. 8. Ja, in schneller Folge landen 2 Pfeile im Körper des Ogers und einer davon bohrt sich hinter die Kniescheibe, woraufhin ihm das Bein ein bisschen noch weiter wegknickt, als es ohnehin schon schief wäre. Und er so ein Schnaufen von sich gibt, seine großen Fäuste schlackern hin und her, während er seinen Kopf dreht und versucht mit seinem schiefen einem Auge alles zu erfassen, was rings um ihn passiert. Terik. Du hast die Unterstützung bekommen. Er ist direkt vor mir, er hat neben mir gegen die Wand gehauen, ich habe Rückendeckung, jetzt haue ich auch nochmal drauf, also was sollte man sonst tun? Es wurde nach Feuer gerufen, also kriegt er Feuer. Ich eröffne meine Handfläche, eine kleine Flamme erscheint und ich werfe sie ihm ins Gesicht, zumindest versuche ich das. Und das tue ich, indem ich auf Produce Flame klicke. Und eine 21 und 10 Punkte Schaden. 10 Punkte Schaden, kein Problem. Ich brauche wertetechnische Batik Inspiration gar nicht, die ist nur rollenspieltechnisch wichtig. Die motiviert mich, nicht die Kraft. Die motiviert. Die WorldFancy motiviert es auch. Oka-Flichten-Berechnung. Ich komme da nicht drüber weg. Mein Gehirn schmerzt. Gut, dann war das dein Zug. Der Zwerg ist immer noch bewusstlos, der Oka-Zombie versucht erneut mit dich zu erwischen. Wenn ich weggehen würde, würde er einen Gelegenheitsangriff kriegen. Es sei denn, du würdest das auf eine Art und Weise machen. Eine 15, ist das ein Treffer? Oh ja, ja. Nein, Perig ist nur noch ein hässlicher Fleck an der Dungeon-Bahn. Kann ich nicht ein schöner Fleck sein? Bestimmt. Ein schöner haariger. Und wie viele Punkte hat er denn daneben gehauen? Oder hat er dich denn getroffen? Drei, glaube ich. Warte mal. Okay, in dem Falle... Ja, ich habe zwölf nur Arme, Klaas. Lenke ich ihn ab mit Cutting Words. Ist das eine Reaction? Ja, das ist eine Reaction und das senkt, das um einen D8. Und ich sage so etwas wie Duok-faktorische Belästigung stinkt schlimmer als ein Dreihorn mit Durchfall. Und hoffe, dass ihn das ablenkt. Jetzt dachte ich gerade, Dreihorn mit Durchfall ist ziemlich exotisch, aber du kommst aus der Gegend, wo es Dreihörner gibt. Ich komme aus einer Gegend, wo es Dreihörner gibt. Dann gib mir doch mal einen D8. Ja, Roll, nee, halt. Erst den Slash, dann den Roll. Slash, Roll. Dann den einen D8. Und jetzt oft auf eine D8. Das ist eine 2. Verdammt. Soll ich den Re-Roll nehmen? Haben wir noch einen Re-Roll? Ja, wir haben noch. Soll ich den nehmen? Ja, ne? Wie mir? Komisch. Du bist dafür, alles klar. Ja, verrückt. Deine Schwester bestimmt auch. Jetzt komm schon. Ja! Klappt doch. Erneut geht der Hieb fehl und schlägt diesmal gegen den Käfig, der ein gutes Stück zur Seite geschoben wird. Der Oga schnauft, grunzt und zieht die Hand durch und einer von seinen Fingern bleibt an dem Käfig kleben, halb festgefroren. Nö. Damit ist auch Artoa dran. Du riechst sogar schlimmer als drei Drei-Hörner mit Durchfall, sage ich ihm und spreche ein Vicious Mockery. Moment, das kann ich jetzt auch mit einem Klick tun, habe ich festgestellt. Wobei du, glaube ich, würfeln musst. Er ist darüber erhaben. Das ist sehr schade. Tut mir neid. Seine Weisheit ist einfach. Er hat sich verstanden. Er hat es nicht kapiert. Das ist möglich. Neben dir murmelt Zerelka etwas und berührt seinen eigenen Kehlkopf und seinen Mund. Dann eilt er vorwärts mit wehenden Rom, stellt sich hier hin, öffnet den Mund und eine Flammenlanze mit einem lauten Fauchen dringt aus seinem Mund heraus. Er atmet Feuer aus, als wäre er ein Drache. Und dann muss der einen Rettungswurf machen mit Geschick. Zerelka hat das natürlich scharf überlegt, dass der Oga vermutlich nicht so geschickt ist und er hat damit recht. Und dadurch bekommt er drei wie sechs Schaden. Ich liebe den Geruch von brennendem Oga am Morgen. Nee, eigentlich tut das niemand. Nein, also der riecht so schon schlimm genug. In Wärme machen kann es sicher nicht, also wird nicht helfen. Boah, Zerelka! Der Oga-Zombie ist, glaube ich, geruchsmäßig wirklich ... Das sind 13 Punkte Schaden. Er hat das mit dem Feuer offensichtlich ernst genommen. Ja. Dann, warte, jetzt muss er wiederum ... 1,20 Sekunde, ich habe es gleich. Entschlösschen. 1,3. Der braucht dann noch ein bisschen, bis er dran ist. Ist der Zweck, wie der aufwacht, oder was? Naja, hier ist ja noch einer. Ach so. Er hätte ja auch vom Oga schon gefressen sein können. Oder von den Ziegen. Ja, Witz! Ja, Witz! Ja, Witz! Ja, Witz! Ja, Witz! Dann ist Yara dran. Yara bewährt das Prinzip. Ich schieße mal auf den Oga. Der scheint ja noch zu leben. Oder zu unleben. Sehr gut. Ja, das sieht solide aus. Denn dazu gibt es jetzt noch einmal Hunters Mark. Ähm, das sind noch mal zusätzliche zwei. Das heißt, das sind 13 Schaden insgesamt. Mhm. Dazu gibt es jetzt noch, es tut mir leid, ich sollte vielleicht einfach mal irgendwie einen Wurf dazu machen oder so. Noch ein W8. Und das sind noch mal drei. Also wir sind dann insgesamt bei 16. Das war dein Einer-Schuss. Und er landet direkt seitlich in seinem Schädel und das eine Auge, das er noch hatte, macht so ein Puh und ragt jetzt tatsächlich aus seinem Schädel raus, auf der Spitze von deinem Pfeil aufgespießt. Der ist in die Schläfe rein und vorne mit dem Auge aus dem Kopf wieder raus. Siehst noch so einen schleimigen Faden, der wohl der Sehnerv mal war, der das Ganze mit ihm verbindet. Und er macht, uh, uh, uh. Und dann schießt du noch mal auf ihn, nehme ich an. Ben, also jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr zurückzuhalten, würde ich sagen. Vielleicht wäre der arme Ogre, das ist ja schon fast Nothilfe. Ähm. Ja, es ist auch ein Treffer, neun Schaden. Und der Ogre. Nochmal sechs, also Overkill. Du landest den zweiten Pfeil etwas aufschrägt zu dem ersten, weil er den Kopf gedreht hat, auch in den Schädel. Und der Ogre geht mit einem langsamen letzten Seufzen, einem, uh, 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 zu Boden. Aber kein Gegner in Sicht, auf den du aktuell das Zeichen des Jägers übertragen könntest. Terik, der Ogre, sacket neben dir zusammen. Er, das Geruchs, Panoptikum, möchte ich sagen, das sich hier entfaltet. Es ist eine bizarre Mischung aus knuspringem Speck, faulendem Fleisch, schlechtem Atem und offener Güllegrube. Denn es gibt so, er fällt in Teilen, sodass einem ein bisschen was von ihm abfällt und als erstes den Boden berührt und dann der Rest mit feuchten, klatschenden Geräuschen nachfolgt, bis schließlich der Kopf auf den Boden prallt. Wenn du willst, dass ich kotzen muss, dann hast du es gleich geschafft. Terik wird das wahrscheinlich auch tun. Ähm, gibt's denn für einen Rettungswurf? Konzentration, würde ich sagen. 13. Also du brichst so ein bisschen in deinen Mund. Ja, das würde ich auch sagen, ja. Ein leises Würgen, das du wieder runterschlucken kannst. Ja, ich mache einen Schritt zurück, bis ich mir dieses Ogre-Saber vom Körper, so gebe ich zu Terik und zu Rekka, Atua und Jahre und sage, danke für die Abblenkung. Ich glaube, der Typ, der lebt noch. Und in dem Moment kommt ein weiterer Zwerg reingestürmt, die Spitzhacke erhoben hinter ihm und treibt eine schreiende Ziege vor sich her, die mit einem Määääääää in den Raum stürmt, dann hinter der Zwerg, dann sieht den toten Ogre, sieht euch und bleibt stehen und sagt, tschaprug. Das kannst du laut sagen. Kann ich auf ihn schießen? Ja. Ich glaube, der könnte sich auch ergeben jetzt. Noch bevor ich ergeblich sagen kann. Ja, tut mir leid. Weil, alles klar. Yara ist, Yara ist, Yara ist, Ich schieße wahrscheinlich daneben, es ist ein Warnschuss, es ist ein Warnschuss. Du triffst beinahe die Ziege, die ein sehr entsetztes Blöken von sich gibt und seitlich in den Käfig hineinstürmt. Würde sie da irgendwie ihre Hoffnung suchen. Ergib dich, du Ärger! Er bleibt etwas unschlüssig stehen. Soll ich mal auf einschüchtern wirfen? Das kannst du gerne machen, ja. 15. Und gleichzeitig hört ihr aus Richtung Süden auch laute Rufe und Schritte, die sich dort langsam nähern. Da kommen offensichtlich noch weitere Duerger. Aber wir spielen so seit zweieinhalb Stunden. Wollt ihr die Festung noch fertig machen? Das wird noch ein kleines bisschen dauern. Oder wollen wir an dieser Stelle aufhören und nächstes Mal weitermachen? Mitten im Kampf finde ich ein bisschen doof auch zu werden, oder? Okay, gut. Oder was meint ihr? Ich bin für alles offen. Ich fände es sehr hilfreich, wenn wir Sareika hätten. Der wäre bestimmt sehr nützlich, auch wenn Meiri ihn natürlich für trefflich einsetzt. Und wahrscheinlich viel effizienter als das sonst der Fall wäre. Aber ich habe kein Problem damit, das noch fertig zu machen. Also wenn ihr nichts dagegen habt, dass ich gleich einmal für zwei Minuten für kleine Baden gehe, dann können wir weitermachen. Gut, der Chat möchte auch, dass es weitergeht. Gut, dann sagen wir mal so, dann fangen wir jetzt wieder mit einer normalen Kampfrunde an. Ich habe ja hier einen Wert für die ganzen Zwerge ausgewürfelt, wo wir jetzt weitermachen können. Der hebt tatsächlich die Hand mit der Spitzhacke, lässt sie aber nicht fallen. Macht aber erstmal keine weiteren aggressiven Gesten. Yara, was möchtest du tun? Du hörst, wie gesagt, aus dem Süden trampelnde Schritte. Ja, also je mehr Zwerge, desto besser. Ich würde sagen, dass die Kumpels hier haben, dass ich würde mich dann tatsächlich so positionieren, dass ich irgendwie möglichst schön diesen Gang im Blick habe. Und schon mal so ein bis zwei Pfeile bereit halten. Und soweit ich was sehe, würde ich erst an das Mark sprechen, dann schießen. Du bereitest dich vor und sagst, Trigger, Auslöser für deine Aktion ist, wenn die Tür aufgeht. Korrekt. Die Frage ist, wie weit, habe ich gesehen, wie sich dieser andere Zwerg bewegt hat? Wie weit etwa? Nicht so weit wie ein Mensch. Okay, weil dann würde ich, ich würde gerne außerhalb der Reichweite, also dass sie mich nicht in der Runde einfach alle umsenzen können. Dann bleibe ich hier stehen und würde dann auf die Tür schießen. Damit bist du ziemlich sicher, das würde auch ein Mensch nicht hinkriegen, ohne zu springen. Gut, dann stehst du dort. Therik, was machst du? Ich würde zu dem, ich würde einen Seitenblick auf Nilda Sunblight, dessen Namen ich natürlich nicht kenne, werfen, weil ich bin nicht sicher, ob der wieder aufwacht. Liegt der immer noch da und läuft aus? Der stirbt gerade. Okay, gut. Also schade für ihn, aber dann würde ich bedrohlich auf den Neuankömmling zugehen und meine Hand ausstrecken mit einer Geste, um zu sagen, ich will seine Waffe haben. Mhm. Dann geh mal hin und mach auch einen Wurf auf Einschüchtern. Gehe ich mal hin? Du musst dabei über den Zombie steigen. Ja. Du kommst neun Felder weit. Sechs Felder weit, Entschuldigung. Vielleicht gehe ich außen rum. Nein, ich steige über den Zombie. Mein Fuß bleibt kurz drin stecken wahrscheinlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Einschüchtern. Das kann ich einigermaßen. Trotz Scheiß kann ich es mal. Ich weiß nicht, ich könnte auch auf Stärke wirfen. Ja. Stießt du uns zu? Also gehen wir davon aus, dass es jetzt Stärke ist und nicht Charisma. Dann wäre es, ich habe drei bei Intimidation und Stärke hätte ich nochmal drei, dann wäre es zwölf. Ja, okay. Du könntest auch hier den Ability, den Ding Inspiration einsetzen. Stimmt, das mache ich. Das mache ich, ja. Ja, dann würde ich, was gebe ich ein, Slash, D8 oder was? Ein D8. Mit einer Pause zwischen dem Roller und dem D8. Alles klar. Äh, zwischen der Eins. Das sind sieben, damit kämen wir also insgesamt auf 19. Er nickt langsam und legt dann seine Spitzhack auf den Boden und tritt sie mit dem Fuß in deine Richtung rüber. Ich hebe sie vorsichtig auf, lass ihn aber nicht aus den Augen. Gut. Ich denke, mehr kann ich nicht machen in meinem Zug. Und dann geht die Tür hier im Süden auf. Das heißt, dass du auch ein Stückchen weit reinschauen kannst, natürlich. Und du siehst im Hintergrund, also einen großen Raum, der auf der Seite gegenüber Käfigtüren hat. Und die Tür wird geöffnet von einem weiteren Durga und schräg hinter ihm siehst du noch einen. Und in dem Moment kannst du jetzt unterbrechen und deine Aktion nachholen. Okay, dann würde ich auf Durga 1 allererst Handtagsmark sprechen. Damit der schon mal gut markiert ist, der Knabe. Und dann gucke ich mal, ob ich festtreffe. Das ist meistens so das größte Hindernis. 17? 17 Sekunden. Gib mir mal einen Moment, um das nachzuschauen. Aber es müsste ein Treffer sein. Das wäre schon arger Panzerzwerg, wenn nicht. Aber also, es kann vorkommen. Arger Panzerzwerg. Wie ist er? 16 hat der Anrüstungssatz. Ah, okay. Das hätte ich nicht sagen sollen. Aber ja, du hast getroffen. Wieso eigentlich? Normalerweise hält man das geheim wegen so Sachen wie, möchtest du dein Bartek Inspiration würfeln? Noch würfeln oder nicht? Ah, okay. Ja, also, dann haben wir neun Schaden. Neun Schaden für den vorderen Zwerg. Jawohl. Der Frontzwerg. Der sehr ausstößt, als ihn der Pfeil trifft. Und auch angesichts der gesamten Situation offensichtlich. Kommt schon, Jungs. Es geht einfach wieder rein und macht die Tür zu. Wir haben ihn nicht gesehen. Was haben wir davon, wenn ihr wieder reingeht, die Tür zu machen? Nichts. Dann müssen wir die Tür aufbrechen. Du hättest noch einen zweiten Angriff. Ach so, ja. Ich kann auch mal schießen. Ach, ich verkeh das. Es ist so neu und frisch. Dann schieße ich noch ein zweites Mal. Und das geht aber dann in die Tür. Ich will sie einfach nur beeindrucken. Und dann landet das in der Tür. Der schnauft wütend durch, stürmt vorwärts. Und während er stürmt, wird er mit jedem Schritt größer und größer und größer. Bis er sprintet. Nein, warte, sonst kann er sich nicht mehr verwandeln. Das heißt, er kommt nur bis hier. Und du siehst aber, dass der andere Zwerg im Hintergrund ebenfalls seine Größe ändert. Vorwärts eilt. Ja, das, äh, jetzt ist wieder Arthuar dran. Und damit auch Sarelka, den hab ich einfach bei dir mit dran gehängt. Fallen werdet ihr, wie dieser stinkende Ogre, sage ich, und Visualismockery, den Ersten. Dann schauen wir mal, wie weise der denn ist. Ah, wieder mit Vorteil. Neuer Charakterbogen. Achtung, ich mach's wieder aus. Ich hab... Tatsächlich festgestellt, dass man das für die ganze Kampagne irgendwie ändern kann, aber ich weiß nicht, ob das noch im Nachhinein geht. So, Weisheitsverletzungswurf. Den lässt das sowas von kalt. Offensichtlich ist Körpergeruch kein Thema unter Du Ärger. So ein Ärger. In dem Fall ist das so. Und ich bin fertig. Gut. Gut. Dann bewegt sich Sarelka hier seitlich hin. Ah, nein, er muss tatsächlich, glaub ich, näher ran. Und spuckt dem... Also er geht hier neben Yara und spuckt nach geradeaus eine Feuerlanze. Beziehungsweise lass mich mal nachschauen. Ich will ihn ja hier nicht. Sarelka geht vor und spuckt ihm ins Gesicht. Und wird dann einfach so brei geschlagen. Schade, Jan. Das hast du echt blöd gemacht. So gemein. Das ist tatsächlich, hm, das ist nur 15 Fuß. Ich glaube, so nah ran möchte er nicht ran. Nee, ich wollte auch gerade sagen. Mein Plan eigentlich, ich würde protestieren, wenn der so nah ran geht, weil mein Plan wäre eigentlich, mich weiter weg zu bewegen, damit ich immer noch aus der Reichweite bin. Ich glaube, dann verwendet er lieber den Hexen-Pfeil. Wir werden gerade geradet, Maggie. Wir werden geradet, oh nein. Acht, elf, zehn. Oh, gute Güte, das sind eine Menge Schaden. Oh, hallo, wer radet uns denn? Lass mich mal einen Blick werfen. Von Juliana Fagula, was ein wunderbarer Name ist. Hallo, herzlich willkommen. Wo kommt ihr her und was habt ihr gerade gemacht? Wir kämpfen gerade gegen Dunkelzwerge. Und ein Ogre-Zombie ist schon wieder tot. Er war schon tot, aber jetzt ist er noch toter als zu Beginn der ganzen Sache. Die damit angefangen hat, dass sich ein unsichtbarer Droide reingeschlichen hat und ihm in die Kniekehle gehauen. Wenn wir ehrlich sind. Ja, der erste Zwerg geht, also für einen kurzen Moment, seht ihr sein Gerippe durch den Durchschein? Nein, sorry für die Tonstörung. So ein helles Leuchten. Und während er zuckt, immer mal wieder den Schädel durch sein Gesicht durch, seine Augen werden weiß wie gekochte Eier. Und dann fällt er lang hin und schrumpft wieder auf seine normale Größe zusammen, während er stirbt. Und ihr hört leise Sir Rekamommern, das war vielleicht ein wenig übertrieben. Ist der zweite denn schon beschädigt? Nein. Nein! Okay. Es tut mir leid. Ja, kein Problem. Ich mag angekratzte Gegner lieber, weil da kann ich mir Schaden machen. Okay, never mind me. Schön. Dann, das war Sir Rekamommern, ist Yara aber tatsächlich dran. Dann nehme ich den unan... Also ich würde meinen Hunters Mark dann auf den zweiten... Auf den anderen Zwerg setzen. Genau. Und der ist noch groß. Der ist noch groß, ja. Ist der denn... Frage Nummer eins, kann er sich weiter bewegen, wenn er groß ist? Frage Nummer zwei, ist er denn leichter zu treffen, wenn er groß ist? Er ist leichter zu treffen, wenn er groß ist, tatsächlich. Okay. Lass mich das mal nachschauen. Ich glaube, seine Rüstungsklasse sinkt um... Ja, über zwei. Ja. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht... Weil er jetzt groß ist, ja. Ja. Okay. Und er wird aber nicht schneller tatsächlich dadurch. Geil! Also kann ich immer noch davon ausgehen, dass er sich so fünf Felder bewegen kann maximal, wenn er... Aber dann kriegt er mich diese Runde eh noch nicht. Gut. Also ja, fünf Felder, ansonsten müsst ihr sprinten. Ja, ich gehe mal ein Fels zurück. Nur zur Sicherheit, falls er Reichweite haben sollte oder so. Und dann schieße ich nochmal, nachdem ich mein Hand das Mark bewegt habe. Mhm. Und hier kommt Fall Nummer eins. Elf. Das reicht wahrscheinlich trotzdem nicht, ne? Nein. Auch mit dem vergrößerten Zwerg nicht. Ich würde aber mal... Wobei... Wenn... Dann hat der... Ich würde meine Baric Inspiration benutzen. Einfach, weil ich es kann. Und ich sie noch habe. Ähm... 15? Wären das? Das würde dann passen, ja. Dadurch, dass seine Rüstungsklasse gesunken ist. Ich werde vom sehr hilfreichen Chat darauf aufmerksam gemacht, dass er natürlich auch eine vergrößerte Reichweite hat als große Kreatur. Deswegen war es schlau, oder? Ja. Es ist einfach nur so zur Sicherheit. Gut. Dann treffe ich jetzt. Das sind dann schon mal fünf. Mit Hand das Mark sind es dann sieben. Ist ja nicht so berühmt. Und jetzt ist er angekratzt. Ich schieße nochmal. Also sieben Schaden insgesamt? Sieben Schaden insgesamt von der ersten Attacke. Und die zweite Attacke geht leider auch wieder daneben. Ja. Der Chat muss dringend lernen, welche Informationen wichtig sind und welche nicht. Was? Kannst der Chat hier was lernen? Der Chat hat gar keine Verpflichtungen, würde ich sagen. Nein. Der Chat kann sich entspannen. Wir haben keinen Leerauftrag hier. Die haben uns ja auch schon einen Würfel gegeben. Ich finde, der Chat kann sich ohnehin deutlich mehr entspannen als bei Shadowrun, wo ich mich erinnere, der Chat eigentlich alle Regeln für uns geklärt hat. Was sehr hilfreich war. Danke schon. Haben wir eigentlich schon mal erklärt. Was hast du gesagt, als wir geradet wurden, gegen was wir gerade kämpfen? Ja, gegen Dunkelzwerge und Ogre-Zombie. Aber der Ogre-Zombie ist schon tot. Ich wollte ihn nur erwähnen, weil Ogre-Zombies toll sind. Richtig. Aber vor allem kämpfen wir gerade gegen Riesenzwerge, was ja wirklich ein echt bescheuertes Konzept ist, wenn wir ehrlich sind. Riesenzwerge. Ich glaube, ich habe mir da ein bisschen Freiheit daraus genommen. Nicht alle können beides, aber die hier können auf jeden Fall groß werden. Das ist gesichert. Ach so. Ich dachte auch, die können alle beides. Wie oft am Tag können sie das überhaupt? Wahrscheinlich so ein, zwei Mal, ne? Einmal pro kurzer oder langer Rast. Tatsächlich. Aber es sind zwei getrennte Fähigkeiten, vergrößern und verkleinern. Also, dass der eine sich verkleinert und dann vergrößert hat, ist rein theoretisch noch möglich. Ich wollte keine Diskussion auslösen. Ich wollte weiterkämpfen. Entschuldigung. Ich wollte eine auslösen, aber das ist nicht erwünscht. Das wird kämpfen weiter. Terik, du Diskussionsauslöser. Was möchtest du tun? Was macht denn der normal große Zwerg, der seine Waffe abgegeben hat? Wie reagiert er darauf, dass neue Einkommlinge in den Raum gestürmt kommen? Da hat er erst mal tief eingeatmet und noch mal auf seine Waffe geschaut. Und als der erste dann direkt umgefallen ist, hat er wieder die Hände gehoben und macht so. Die Waffe, die ich in der Hand habe, meinst du? Ja. Für einen Moment, glaubst du, hat er angefangen anzuschwellen? Und dann hat er sich wieder gerügt. Ich bin das leid. Sehr. Wir benutzen sehr um Niveau. Ehrlich? Okay. Oh, der Zwerg! Der Zwerg insgesamt ist angeschwollen. Weil er versucht hat, sich zu vergrößern. Ihr habt schon verstanden, was ich sagen wollte. Ja, ich hab das völlig genauso verstanden, wie es du meintest. Gut, danke. Ili ist wieder die mit den schmutzigen Gedanken hier. Oder? Ja gut, ich geh nach Hause. Nein! Du bist doch schon zu Hause. Nein! Zwerge, die einmal pro Ruhrpause anschwellen können, irgendwie komisch. Ist egal, egal, weiter. Wir kämpfen, wir kämpfen eigentlich. Terec, was möchtest du machen, außer darauf zu achten, ob der Zwerg spielt oder nicht? Ich bin jetzt völlig abgelenkt von Ivi's schmutzigen Gedanken. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt noch auf das Spiel konzentrieren kann. Ivi ist vor allen Dingen wirklich weg. Ja, sie ist einfach gegangen. Gut, das ist ihr gutes Recht. Ich stehe mir an, sie macht kurz eine fünf Minuten wichtige Dinge-Pause. Ich bin noch hier. Sie geht auf den Auszeitstuhl. Ich bin noch hier. Ich bin noch beleidigt. Das ist großartig. Ich weiß ja, dass es nichts bringt, die Sitzwerge einzusperren, weil sie sich da einfach rausschrumpfen oder rausbrechen, indem sie wieder anschwellen. Deswegen ignoriere ich den waffenlosen Zwerg und nähere mich wieder. Da muss ich ja wieder über die Ogerleiche steigen. Das ist ja widerlich. Ich habe leider nichts, was im Fernkampf wirklich was bringt. Und wir sind auch nicht verletzt, oder? Ist einer von euch verletzt? Nee, ne? Mann, sind wir heute gut. Dann kletter ich einfach wieder über den Ogern und kommt zurück zu euch. Mehr kann ich dann gar nicht machen in der Runde. Also es ist sehr glimpflich ausgegangen mit dem Oger, dadurch, dass ständig eher unterbrochen oder Re-Rolls genutzt oder sonst welche Sachen gemacht wurden. Was ist die Reichweite von dem Previous Flame? Bestimmt nicht so weit, wie die Tüte da hinten ist. Nein, okay. Weiß ich nicht. Ich finde das mal schnell aus. Währenddessen ist der verbliebene Zwerg dran. Und der... Kommt genau nicht nah genug. Praktik. Ja. 30 Fuß übrigens. 30 Fuß ist die. Das reicht nicht, ne? Wegen wirft er einen Spitz. Nein! Mikey? Okay. Ja? 30 Fuß? Hätte nicht gereicht, um irgendjemanden anzugreifen, ne? Wenn er hier hinten ist... Ja gut, war er eben noch nicht. Ich hätte nur den, der schon am Sterben ist. Ja, nee, hätte nicht gereicht. Okay. So. Der läuft vorwärts und wirft dann einen ebenfalls vergrößerten Wurfspeer. Was? Der ist mit vergrößert worden? Ja, ja. Also seine Ausrüstung wird größer. Wow! Okay, bring it on. Allerdings ist eine... Also die Regeln sind unterhaltsam insofern, als dass er nur mehr Schaden macht, wenn der Angriff stärkebasiert ist und ein Wurfspeer ist. Geschick basierend. Okay, gut. Aber ist es trotzdem schlimm? Ein riesengroßer Speer, der droht mich zu durchbohren, wenn er den trifft. Warte, nein. Ah, es gibt sogar... Er hat sehr viele Angriffe. Es gibt nämlich den Wurfspeer einmal normal groß Nahkampf, normal groß Fernkampf, nur vergrößert Nahkampf, vergrößert Fernkampf. Gucken wir mal, was da passiert. Aha, der kann sich nicht schrumpfen, gut zu wissen. Sonst wäre der ja auch in mehr Töne verkleinert Fernkampf. Also dieser Wurfspeer, dieser deutlich große Wurfspeer, es fliegt schräg an dir vorbei und bohrt sich hinten mit einem sehr harten Tumpf in die Wand und bricht einige Splitter aus dem Stein heraus. Habt ihr eigentlich... Warte, ich hab auch eine Re-Roll geschenkt bekommen. Vielen Dank übrigens, dass du nicht sagst, es erbohrt sich in die Ogerleiche und es spritzt weitere Eiter und Flümpfe auf Terek, der daneben steht. Weil das hätte ich eigentlich erwartet. Würde denn eine 18 insgesamt treffen, Jara? Ja, ja, schon. 2 wie 6 plus 2 Schaden. Autsch. Autsch. Okay, jetzt bin ich verletzt. Bitte. Wir wollen den Heilern ja auch was zu tun geben. Ja. Das sind insgesamt 9 Trefferpunkte, Jara. Au. Das ist... Es sieht abstrus aus, weil dir jetzt auf einmal aus der Seite, aus dem Fleisch, ein gigantischer Speer ragt, der aber nicht viel schwerer ist, als ein kleiner Speer sein sollte. Deswegen, du bist dir ziemlich unsicher, wie diese seltsame Magie dieser Zwerge funktioniert. Aber offensichtlich nicht ganz so, wie man intuitiv denken würde. Au. Arthur. Ihr Nacktkille, ergebt euch! Brunnen, das ist ein visualist Mockery. Was hast du gesagt? Nacktkille. Nacktkille. Ah, okay, ja. Danke für die Aufklärung. Was hast du denn verstanden? Nacktmulle. Nacktmulle. Halt, wieso habe ich denn Initiative gewürfelt? Was war das denn für ein Blödsinn? Das hier will ich würfeln. Ja, und ich wollte einen Weisheitsrettungswurf würfeln und ich habe das Gefühl, der ist nicht angekommen da. Eine Elf reicht ziemlich sicher nicht, es sei denn, du hast wirklich unterirdische Werte als Bahrain. Nein, eine Elf reicht sicher nicht. Damit nimmt er vier Schaden. Eine 15 würde reichen, ich habe hier einen DC von 15 im Moment. Oh, wow. Das heißt, er dreht sich tatsächlich ein kleines bisschen zu dir und sagt, mein Kinn ist nicht nackt, mein Bart ist prächtig. Okay, sehr gut. Er bekommt vier Schaden und einen Nachteil beim nächsten Angriff. Und es wäre sehr nett, wenn du meine Initiative wieder auf 24 setzen würdest, weil ich hätte noch nie so eine schöne Initiative und ich gucke sie mir gerne an. Das ist eine ästhetisch sehr ansprechende Initiative. Ist das irgendwie ein Schmähwort? Initiativangeber? Ab jetzt ja. Ab jetzt ja. Was man Markus Söder belegen könnte, ich weiß auch nicht. Du meinst, das ist so wie Initiativbewerbung, dass es jemand, der angibt, ohne dass es einen Anlass dafür gab. Verstehe. Oh ja, das ist auch so rum. Ja, doch. Yara, wie reagierst du auf den Angriff mit dem Speer? Ja, ich würde mir gerne die Seite halten. Das geht aber nicht, weil ich natürlich heldenhaft hier mit einem Langbogen stehe und quasi gefühlt in meinem Kopf die letzte rettende Bastion zwischen diesem Monsterzwerg und meinen Kameraden bin. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach nochmal, aber ich habe Söreika, die direkt hinter mir, der Honk. Gut. Und ist ziemlich zusammengezuckt, als der Speer ihn knapp nicht getroffen hat, weil du sie freundlich warst, ihn mit deinem Körper abzufangen. Wie fidel sieht denn der Monsterzwerg noch aus? Der ist verletzt, aber immer noch in Rage und immer noch bereit zu kämpfen. Dann tut es mir leid um Söreika. Ich sage zurück und ich gehe tatsächlich zurück. Eins, zwei, drei, vier. Ich bis hierhin, das sollte reichweitentechnisch vielleicht hoffentlich reichen. Weiter komme ich wahrscheinlich nicht. Ziehe so eine kleine Blutspur hinter mir her und schieße auf diesen Unzwerg. Ich habe ganz vergessen, dass Relka ja auch dran war. Dann machen wir ihn jetzt gleich nach dir. Der schaut so kurz hinter dir. Eine natürliche 20. Eine natürliche 20, ja. Und das ist einmal hier 10 plus 3 plus 4. Also 17. Und alle Würfel darfst du verdoppeln. Alles, was Würfel sind. Ja, dann 17 mal 2 sind 34. Nein, nur die Würfel. Ach, nur die Würfel. Ah, nein, dann 14, 28 plus 3. Also 28, 31. Ja, der Pfeil geht eben sauber in den Kopf und mit einem Geräusch, fast so als würde man so aus zum Spiel aufgeblasenen Schweineblase den reinpixen und die Luft rausgehen. Sackt er in sich zusammen und wird wieder zu einem normalen, großen, ziemlich toten Zwerg, der am Boden liegt. Ein befriedigendes Geräusch. Sehr weise Entscheidung von dir, du Ärger, deine Waffe wegzuwerfen. Ich ziehe mein Rapier und gehe auf den übrig gebliebenen, du Ärger. Du bist gar nicht dran. Oh, Entschuldigung, ich habe den in der Initiative. Ja, der guckt nämlich jetzt nach rechts, nach links, misstrauisch. Terek, was machst du? Ich würde zu Yara stürzen. Yara, dein Bauch. Ja, das ist, ja, danke, danke. Ah, scheiße, das tut weh. Ich bin wirklich dran gerade, okay. Dann würde ich natürlich Cure Wounds auf Yara sprechen. Dann Würfel mal. Ist nur eine Fleischwunde, Terek. Ist nur eine Fleischwunde. Direkt danach ist der übrig gebliebene Zwerg dran und der wirft sich vorwärts, stellt sich auf den Rand von dem Brunnen, der da ist, legt die Arme an den Körper und springt rein. Oh. Kurz ein Knacken und ein Plätschern und dann ist Stille. Was ist ein Brunnen? Ach, das war ein Brunnen. Okay, ich dachte, das wäre ein Eimer. Ich habe es zwischendurch zumindest einmal erwähnt. Ja, 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 aber es ist so winzig. Ja, okay. Ich glaube, Yara bekommt fünf Lebenspunkte zurück. Ja, okay. Was ein Scheißwurf ist. Ist doch aber gut. Ich bin fast wieder voll. Arthur, was machst du? Der Zwerg ist da reingesprungen. Du warst gerade dabei, deinen Rapier zu ziehen und ihn anzusprechen. Ich war gerade dabei, deinen Rapier zu stehen und ihn anzusprechen, während ich einen Wurf auf Wahrnehmung mache. Reize. Dann tatsächlich, das reicht, um wahrzunehmen, dass du draußen Schritte hörst und als du dann kurz durch die halb offene Tür rausschaust, siehst du eben diesen Zwerg dort wieder auftauchen auf dem eingefrorenen Fluss, der aus dieser Festung rauskommt und das Tal runterlaufen, so schnell ihn seine kurzen Beine tragen. Er flieht, stoppt ihn, rufe ich und renne hinterher, bevor der mit 100.000 Duäger nachkommt. Und eins, zwei, drei, vier. Halt an, du feiges Nacktkinn, brülle ich ihm hinterher. Ich nehme an, das ist wieder ein Versuchter. Ja. Was soll ich auch sonst tun, ich armer halb elf? Leute, beschimpfen. Kennst du doch gut. Genau, du hast ja 15, ne? Mhm. Gut, dann auch der. Mönchen ist prächtig und lautbedeckt. Du bist ein Nacktkinn. Nacktkinn. Elf. Widerliche. Gleitte Haut. Ja, dann ist der oder die Nächste dran. Also das ist gewürfelt nur eins, ne? Ja. Ich habe nur eins gewürfelt. Yara, du verstehst nicht warum, aber Arthur schreibt, haltet ihn und rennt raus. Was? Ich werde hier gerade verarztet. Ich glaube, ja, aber gut, ich meine, ich könnte ja mal nachgucken, oder? Aber da müsste ich mich wahnsinnig beeilen, ne? Kann ich so von, wenn ich mich hierhin stelle, kann ich dann was sehen draußen? Ich meine, die Tür muss ja jetzt inzwischen offen sein, oder? Ja. Also sagen wir mal so, du schaffst es bis hierhin und dann kannst du so gerade eben sehen, dass da ein Zwerg den Bach runtergerutscht kommt und rennt. Hm. Ich nehme nochmal den Bogen zur Hand und würde, wenn das geht, diese oder nächste Runde nochmal auf diesen Zwerg schießen. Du kannst auch diese Runde noch. Wenn man es nämlich ganz genau nimmt, wärst du sogar hierhin gekommen, wenn du schräg gehst. Wenn ich schräg gehe, ja, ich optimiere natürlich. Ich bin geübt im Schräggehen. Ja, das ist eine Fähigkeit, die man extra freischalten muss, finde ich. Okay. Aber ab Stufe 5 dürft ihr euch schräg bewegen. In die 4 war das bestimmt so. Ja, ja. Okay, also dann würde ich, reicht es noch für Huntersmark? Ja. Vielleicht? Ja. Ja, gut. Dann Huntersmark und ich schieße sehr in meinen Fuß. Nein. Das ist einfach nur schief gegangen. Also, du schießt, aber der Pfeil verschwindet halt irgendwie. Ich treffe Arthur. Okay. Nein. Nein. Also, Arthur, du spürst so ein leises Flit an deiner Ohrspitzen lang. Und dein Herz macht einmal kurz so. Und du spürst deinen Herzschlag in deinem Kiefer für eine Sekunde. Okay. Kann ich nochmal schießen die Runde oder sollte ich das besser unterlassen? Ich weiß es nicht, wenn dein Glück weiterhin so ist. Jetzt bin ich geduckt, also die Chance ist kleiner, dass du mich triffst. Okay, gut. Es kann ja nicht schlechter werden. Ja, das sieht doch besser aus. Du triffst ihn. Gut. Okay. Dann sind das 7. Plus, ähm... Plus 6. Plus nochmal 6. Ja. Blutiger Zwerg auf Eis. Er hinterlässt jetzt auf jeden Fall eine Blutspur. Terik? Ja, Ara ist auch bis zur Tür gerannt und schießt jetzt auf etwas draußen? Nö. Ich war ja gerade dabei, Ara zu heilen. Dann sprangen sie schon wieder auf, um Leute auf Leute zu schießen. Also gar nicht hinterher. Und sie ist ein rennenden Zwerg, der jetzt angeschossen ist, den Hand gegen den Pfeilpress, der ihm in der Hüfte steckt und sich trotzdem eilt, weiter das Tal runterzukommen. Nein, 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 nein. Ja, da kann ich auch viel Entfernung wie nicht machen, außer noch weiter hinterher rennen. Dann ist er wieder dran und er rennt vorwärts, hält sich seitlich am Tal, damit er nicht so bei den ganzen glatten Eisstellen hier vorbeikommt. Tritt auf etwas, was im Schnee liegt und unter seinem Schuh wegrollt. Und dann tritt er damit mehr oder weniger einen Becher, der da draußen liegt und eine kleine Fläche von verschütteter Flüssigkeit, die tiefgefroren ist, erzeugt hat und landet auf seinem Rücken. Er nimmt dadurch zwar keinen Schaden, aber er muss leider seinen Laufen unterbrechen, während er mit den Armen rudern versucht, wieder auf die Füße zu kommen und laut schreit, Becher, warum ist Becher hier? Come on, cross da! Danke. Damit sind wir wieder bei Arthur. Arthur setzt nach. Eins, zwei, drei, vier, ich kann sechs gehen, ne? Fünf, sechs. Es wird gefragt, ob nicht ein Zauberer vergessen wurde. Nein, wir haben den Mark ja nicht vergessen, aber der hat keine Lust, hinterherzulaufen. Es ist unter seiner Würde. Bleib liegen und lebe, oder wir werden dich mit geschorenem Bart verscharren, wenn wir dich getötet haben. Drohe ich und mache eine Einschüchterprobe, wenn das in Ordnung ist. Ja, natürlich, immer. Na, naja. Er bleibt liegen und knurrt leise versehen, besiegt durch Becher. Besiegt durch Becher und glatt gehen helfen. Unglaublich. Och, klar, Markaik. Und dann warte ich tatsächlich darauf, dass Terik an mir vorbeigeht und ihn fesselt, bevor sich der noch irgendwie wehrt und Dinge tut, die mir wehtun könnten und stecke meinen Rapier wieder weg. Ja, dann tue ich das, wenn das dein Wunsch ist. Ja. Was nun? Glattgesichtige Oberflächler. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Okay, gut. Bis dahin überlegen wir uns was. Bis dahin überlegen wir uns was und wir gucken, wie viele Duäger noch in dieser Festung sind. Also einer auf jeden Fall noch, aber der schläft. Ja, stimmt. Aber der ist im Turm, ne? Ja. Ja, das sollte nicht so ein Problem sein. Der schnarcht immer noch seelisch im Turm vor sich. Der hat Glück gehabt. Ja, das habt ihr ziemlich gründlich aufgeräumt, die Dwerger-Festung tatsächlich. Und ich bin wirklich überrascht, wie viel besser wir mit diesem einen Level geworden sind. Wahnsinn. Vor einem Level hätte das alles in einem schrecklichen Chaos mit ganz viel Blut auf unserer Seite geendet. Ja, aber ihr merkt ja, wie viel alleine es schon bedeutet, wenn die Jägerin eine weitere Attackebrüche kriegt. Fünf ist für fast alle Klassen totaler Meilenstein. Da wird es auf einmal richtig viel heftiger. Aber die Gegner haben sowas gelegentlich auch. Ach, dann Unsinn. Gegner noch nicht. Aber ihr habt ja zielsicher euch eine von den Questen rausgesucht, die für drei bis vier gedacht ist. Er ist noch ursprünglich quasi wieder einen Schritt zurückgegangen, nachdem ihr schon in Kapitel 2 weit drinnen wart. Aber den Oga fand ich schon, also ich bin mir sicher, wenn der jemanden wirklich erwischt hätte. Hätte das wahrscheinlich sehr weggetragen. Wenn der erwischt hätte, dann wäre das schmerzhaft geworden, der Oga-Zombie. Mein kleines Ding nicht ganz auch. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Der hat eigentlich immer einen Wurf, um zu testen, ob er wieder aufsteht mit einem Lebenspunkt. Oh nein, wir kommen zurück rein und Serenka sitzt irgendwo in der Ecke und raucht gemütlich. Und wir fragen ihn, Serenka, wo ist denn der untote Oga? Und er deutet so in irgendwo in die Richtung dieser Festung. Ich merke mir das. Ich merke mir das, dass der Oga noch eine Chance hat. Das wäre sehr schön. Ich muss mir das irgendwo aufschreiben. Das wäre jetzt ein echt guter Twist gewesen, wenn dir das jetzt nach dem Stream eingefallen wäre. Aber wir haben das bestimmt vergessen bis zur nächsten Runde. Natürlich. Ich schneide das einfach raus. Und dann gucken wir das alles noch mal vor der nächsten Folge und dann haben wir es auch nicht mehr verraten. Nein. Ja. Ja. Ja, schön. Ja. Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön. Danke, lieber Chad, für die Reroads. Der hat... Sie waren nicht unwichtig. Ja, er hat Therik-Schmerzen erspart und Jara-Schmerzen bereitet. Ja. Ha. Ja. Vielen Dank, dass ihr auch mir einen geschenkt habt. Ich merke mir das. Also, ja. Ich hatte wieder sehr viel Spaß. Es ist, dass wir eigentlich in so einem ernsten Thema sind. Aber die Art und Weise, wie ihr die Probleme angeht und löst, sorgt irgendwie dafür, dass es immer irgendwie... Ich glaube, es wird ein Sam Raimi-Film am Ende. Immer noch irgendwie teilweise Horror- und splatterig, aber auch irgendwie lustig. Ja, viele sind ja das Riethöfen. Ja, es war aber sehr splatterig. Sam Raimi, das ist richtig. Ich habe den Gore-Anteil geliebt, auch wenn ich wirklich manchmal... Also, ich schmecke so Sachen dann, das ist nicht sehr lecker. Also, wenn irgendjemand da draußen gut zeichnen kann, dieses Bild, wie der Pfeil durch den Ogerkopf geht und vorne das eine Auge dransteckt, das wäre wirklich... Hört dich auch, David. Schickt uns gerne irgendwelche... Fanart, immer. Ich versuche immer, das nicht Fanart zu nennen, weil ich finde, dass es überheblich ist, zu sagen, hey, ihr seid Fans. Kunst von Zuschauenden, die sich freuen. Schickt uns bitte Kunstwerke von Zuschauenden. Ja, wir mögen außerdem Kunst. Ja. Ich werde mich dafür einsetzen, wenn YouTube das zulässt, dass Meiri und Nico das dann als Titelbild nehmen. Das hat Nico zumindest mit einem Let's Play, der, das wir neulich hatten, gemacht. Wir hatten ja eine Solo-Einsteiger-Runde und eine von den Mitspielerinnen hat danach die Gruppe gezeichnet. Ja, die Liesels. Die Liesels, ja. Drei Damen, die Gisela, Lieselotte und noch irgendwas mit Isel drin. Elise. Elise, genau. Das war dann die Liesel-Gang. Und dann haben sie noch einen Schafnamens-Liesel mitgenommen. Ab dafür. Liesel, ja. Die Liesel-Gang war super. Aber diese Gang ist auch super. Ich hoffe, ich habe Jan halbwegs würdig vertreten. Er ist auf jeden Fall immer noch ein ganz schöner Schadensschleuder. Und jetzt noch schlimmer, wenn man die Zauber auch auf Stufe 3. Also der Hexenpfeil auf Stufe 3, der bläst halt schon so ziemlich alles weg, was rumläuft. Das ist hart. So soll es sein. Sehr gut. Ja. Gut. Nächstes Mal ist er vielleicht wieder dabei. Der ist zurzeit schon recht im Stress. Aber wir gucken mal, dass wir einen Termin finden, wo wir ihn wieder mitnehmen können. Und ich finde es schön. In einem Monat ist er aus dem Stress wieder raus. Ja. Wenn nicht, macht er irgendwas falsch, oder? Ist auch ganz klar. Ja, ich weiß es nicht. Er ist ja Spieleentwickler. Da ist man, glaube ich, kontinuierlich im Stress. Weil er immer irgendwo eine Deadline ist. Das ist schlimm, wenn man seine Traumjobs hat. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich es sehr schön fand, dass tatsächlich Terik mal sein Gestalt wandelte und dass er Kunden auch wirklich sehr umfangreich nutzen konnte. Ja. So einen Unsinn machen. Ihr sagt, in einem Monat, wenn ich mich nicht komplett täusche, hatten wir schon einen neuen Termin für den April, ne? Und das ist kein Monat mehr hin. Keinen Monat hin. Ja, perfekt. Keinen Monat warten. Und ihr müsst schon gar nicht so lange warten, bis es überhaupt hier mit Programm weitergeht. Morgen ist der Herr Echelmeier dran. Der stellt wieder recht unbekannte Rollenspiele vor in seiner Grabbelkiste. Und es geht um Spiele, die Gennady World of Darkness wären, es aber nicht sind. Also Spiele, die quasi auf der Rolle vom Gothic-Horror-Urban-Fantasy der 90er aufgesprungen sind. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Nico guckt zweifelnd. Auf den Zug aufgesprungen sind, oder? Was habe ich gesagt? Auf der Rolle aufgesprungen sind. Auf der Rolle aufgesprungen. Ja, das ist natürlich sehr viel unangenehmer auf dem Zug, weil man doch leicht runterfallen kann. Und wir werden sehen, ob sie es geschafft haben oder nicht. Wir haben hier den Lehrauftrag, hier in jeder Folge ein Sprichwort oder eine Phrase falsch zu benutzen und es dann zu regieren. Ich finde aber, Ivi trägt aber noch die Krone. Beißen. Ja, wie ich sage. Besser den Zwerg in der Hand als den Oger auf dem Dach. Bäh. Ja. Der Gersaus-Sitz soll nicht mit Hühnern werfen. Ich dachte, wer im Gersaus sitzt, soll ich nicht mit Schweinen werfen. Also, das kenne ich nicht. Aber das ist mir neu. Ich dachte, wer im Gersaus sitzt, soll ich mit Klamotten tragen. Pass auf. Auge, Auge, Zahn und Zahn würde auch irgendwie passen. Aber das ist, na, egal. Bäh. Bäh. Ja. Gut. Damit hätten wir aber das alles erledigt. Ab Montag ist eine neue Woche. Das überrascht euch jetzt nicht. Aber das bedeutet auch... Uns überrascht das immer. Jede Woche wieder. Ein neuer Streetplan ab Montag. Haben wir Montag schon einen Talk oder einen Verwalt? Nein, wir haben nix. Ich dachte, du malst es einfach wieder Miniaturen an. Das finde ich gut. Ich bin beim Finalen, sozusagen beim Endspurt bei Cursed City. Und wenn ich es schaffe, am Montag oder am Dienstag fertig zu malen, spielen wir es vielleicht sogar noch, bevor wir umziehen. Ich würde mich sehr freuen. Also, wenn ich mich reinknie, können wir es vielleicht schaffen, es am Montag fertig zu malen dann zu spielen. Wäre das cool? Das wäre cool. Das wäre total cool. Ja. Vielleicht spielen wir es dann sogar ohne, dass es fertig bemalt ist, obwohl ich mir das eigentlich als Ziel gesagt habe. Ich mal es doch vorher fertig und dann spiele wir halt am Montag. Ja, ja. Also, ich probiere es auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall spielen wir nächste Woche Mittwoch Monkey Island Pen Paper mit den Leuten von Nerdwelten und anderen. Viel Spaß. Ja. Auf Powered by the Apocalypse Basis. Das heißt, ich muss noch Playbooks schreiben. Wir müssen noch Playbooks schreiben. Wir müssen nicht alles machen. Aber wenn mein Plan nicht lügt, dann haben wir für den 9.4. die nächste Frostmaiden-Runde eingetragen. Das ist in zwei Wochen. Und ich hoffe, der Jan ist dann wieder dabei, damit er sieht, was für eine Schlamassel wir angerichtet haben und uns ausschimpfen kann. Ich war auch brav. Das ist aber auch kein Schlamassel diesmal. Wir können ihm sagen... Ich war auch brav und hab seine Spellslots eingetragen. Das würde schlimmer sein. Ohne dich klappt das viel besser. Geh mal in dich. Der guckt das nicht, oder? Nee. Niemand, der hier mitspielt, guckt diese Sachen. Ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite. Gut. Der Chat fragt Chop Chop. Das kann ich für euch nicht beantworten. Aber Ivi ist, glaube ich, immer bereit für Chop Chop. Aber generell würde ich damit sagen, Chop Chop. Das ist möglich. Also, niemals nicht Chop Chop sagen. Vielleicht später noch Chop Chop. Aber wir haben heute außer Muffins noch nichts gegessen. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt mal in die Küche gehen und uns was besessen machen, oder? Ja. Nichts gegen Muffins, aber ich könnte was Handfestes vertragen. Das waren sehr gute Muffins. Das waren geile Muffins. Es waren unglaublich saftige Mandel-Schoko-Muffins mit Schokoglasur. Und unten im Kern war ein Toffee-Fee mit eingebacken, das dann halt so halb zerlaufen war. Und wenn, lieber Stream, ihr jetzt merkt, dass die ja auch einen Hasen gegessen haben und sich schon gar nicht mehr daran erinnern können. Nee, nee, ich habe eine Teile von diesem Hasen gegessen. Also, okay, ja, das ist klar. Ich habe einen Schokohasen gegessen. Darauf hat mich auch Indy gerade aufmerksam gemacht. Ja, ja. Das ist euch an die Lüge hier. So. Und der Chat möchte jetzt Muffins. Besorgt euch Muffins. Wir besorgen uns, was anderes zu essen. Vielen, vielen Dank an Evie und David und natürlich auch an Nico, aber der hat keine Wahl. Ja. Und vielen Dank an Mairi. Vielen Dank an Mairi. Die hat eine Wahl und hat sich trotzdem dafür entschieden, hier mit uns zu spielen. Wir haben alle eine Wahl. Das ist ja tatsächlich die Runde, die wir wirklich nur streamen, damit wir sie überhaupt spielen. Aber wir wollten auf jeden Fall die Kampagne spielen und dann haben wir einen Stream daraus gemacht. Aber deswegen ist sie stilistisch auch anders. Also weniger als auf, wir kommen jetzt voran und Entertainment, sondern mehr, wir legen uns entspannt zurück. Ja, sonst hätten wir sehr viel ausgeschnitten an Kämpfen und Nebenkristen. Ich denke schon, ja. Aber so ist es entspannt und schön und nett und ich mag irgendwie das Setting sehr. So. Macht's gut. Wo raiden wir hin? Ich habe geguckt, wer gerade noch D&D spielt in Deutschland und habe eine, random einen Kanal ausgesucht und da raiden wir jetzt hin. Gut. Tada. Viel Spaß mit einem random Kanal, wo D&D gespielt wird. Auf Wiedersehen. Ria Starkscheid heißt der Kanal. Tschüss. Oh, kenne ich sogar. Bye. Bye.